ja das ist entweder hast du vor den klub sind alle drin oder solche uber leute oder halt richtig die du auch nicht dran kommen ich bevor zu werden mit alle kein dvp mehr das zusammenlegung hey so ist es ihr seid froh dass ich gerade nicht mein titelbild eines ebony gesetzt hat und jetzt macht deine arbeit ich gehe schon mal weiter warum soll ich sie auf sie warten die kommt eh wieder mit haben wir ja immer dies das letzte pokémon mal kurz mal du musst dabei haben ja ich habe doch wett dabei jetzt müssen wir mal wämmeren töten ja ist eigentlich ein bisschen unfair dass das mein gefährte dabei ist er ist allein der kein gefährten aber hey und dann ist das kann man sagen gerechtigkeit gibt es nicht ich habe auch einen plüsch hier wo die und ich glaube wir müssen uns gar nicht fragen wir töten ich habe ich habe freut mich da ich bin danke dir wird natürlich freut mich zu allem message durchge Cohort ihrț Herector ... ... ... ... ... uh ... ... ... ... an hier einfach so schnell durchfaschen er sagt da ging ja die meinung verschieden weiter ja mehr der rechter marodeur als einfach die lichtschwerter spieler habe ich aber am liebsten fragt mich nicht warum aber ich habe ein table dafür ja ich weiß jetzt bekomme ich so mit der weile vermächtnis er hat früher zu bekommen bekommen doch wir den natürlich jetzt auch noch nicht eine bonus fest mit weil wenn ihr schon früh uns gegeben wird warum nicht wenn ich da jetzt nur dies weiße story mission mache also klasse story mission er wird mir bereits sehr wp fehlen und jetzt schreibt die zeit verlass die verbotene höhle aber danach kommt die folge quest dann geh mal bitte zurück zu nach barras und das mache ich nicht einfach ausbordte und stark mit zwei finger in klappen die hexen story ist auch ziemlich schön ich ist es eher damals und da muss man vier um herum rennen und ich bin kein idee freund mit der sexe ich würde mal als heiler um mal waren und als heiler stehe ich einfach nur doof um teilweise und passt einfach im low bereich bis einfach nur und wie ich hier bin ich gaming online deine hallo erst jetzt zu heute tausend rein chelle gegangen sind mein fahrer das ist das ist um die weg ich habe auch an nach oben als ob du mir eine katscht hast und das lustigste was ich hier wieder komisch findet nach barras schaut direkt in den gang oder städten überhaupt nicht weil eigentlich dürfen keine akkülyten hier irgendwie kämpfen sich also solange nicht augenzeichen auch er schaut direkt dagegen das hat lacht das richtig aber ja logik und so hier soll man dazu sagen aha aber jetzt bekommen wir natürlich habe jetzt zwar sich zwei schöne lichtschwerter aber die haben ja leider gott drin ich habe hier so ein schönes lichtschwerter bekommen das kacke ist ich jetzt auch anwenden aber ich möchte kein gelbes lichtschwerter haben ach ja ist dann so paar kristalle reinholen ja ist ich und mir angriffskraft kristall um halt etwas stärker zu sagen also ich verfolge beide eine kleine inquest dieses objekt man auch gerne mitnehmen jetzt müssen wir rüber zu viel man kann ganz am anfang kann man sich noch nicht auf die flotte teleportieren auch wenn man schon die man aber das erfolgt der triggert leider nicht voll schade aber was soll es so ist ja also flotte jetzt müssen wir so das war der anfangsplanet das videos geben wir auch eben jetzt kommen wir gleich oder nächsten planeten nach einem kurzen ladeboss ladeboss 1 jetzt könnten wir wett ausrüsten aber mittlerweile ist die rüstung von gefährten nur noch optik so dass man einfach sagen kann ja sowas nur wurscht sitzen einfach mal so so jetzt da wir korriba noch verlassen haben haben die gefährten hier sogar so ein bisschen kleine story also kannst du mir die gefährten ein bisschen machen hier wollen wir mit dir reden kann man hier machen machen wir eben wenn ich etwas gerne mag wenn du mal kurz in die halsband weder das ich du und ich wir das mag sie nicht am herrschen und so ist natürlich das ja wie gesagt ich muss immer wieder auf die karte schauen ich glaube mein chat hat sich mit uns legt sich besser niemand an hier die angesagte black talent die man mittlerweile im solo machen kann aber wie gesagt wir sind nicht dafür da die story zu machen die story zu machen von daher nehmen wir einfach hier unser schiff und waren direkt in acht rum wie auch die story schon gemacht habe oft genug also ich weiß was ich machen muss aber ich freue mich trotzdem ja eine tolle tolle voraussetzungen speedrun und so ne weiß aber hey was solls weil du dich am ang und jetzt wird der spiel auch wieder sagen so du musst Wett dabei haben welche gleich natürlich von meinem tauntaun runter nenne ich mir eben hier an soll ich schwer zufrieden stellen ja ich denke schon ich war es ich dann fangt er er würde ein vergesse wir müssen los also niemand hätte ihn töten können aber wir müssen ja nicht auf grund auf immer böse sein früher war es noch so wenige fährten wenn du eine böse entscheidung getroffen hast du dir nicht mögen also minus erfahrungsrunde bekommen mittlerweile bekommst du auch immer noch plus erfahrung weil das einflusssystem war war schade weil bei Wett kanntest du wenn du das das halsband hier immer schlecht behandelt das halsband drauf lest kommt dann irgendwann in eine phase wo die es einfach nur abgrundtief hast du kannst du auch minus 10.000 bringen super leicht war teilweise ziemlich lustig wie dich einfach angeschaut hat aber will man irgendwie manche tun es gerne das anzutauschen macht natürlich auch hier macht es drücken wir wieder in die nächste phase weil ich hier steht reis nach car city aber das spiel wäre eigentlich das und weiter zum zwischen hier sieht bis hier war es auch noch mal irgendwo hier oben zum diesen bis allerheiligsten gehst aber das spiel kommt erst danach aber man kann trotzdem schon entscheidend irgendwie fliegt man dort hin ist halt schneller als wenn du erst nach car city fliegt und dann erst mal genau es gibt habe ich ein content ein endgame wenn du level 70 erreicht hast das werde ich apropos nicht erreichen im story speed 1 wenn ich glück habe bin ich level 50 also bräuchte noch 20 weitere level oben durchzukommen wir sind level aber level gibt mittlerweile sowas von schnell durch angesagte pvp oder durch operation sogar aber man kann mittlerweile mit level 50 operation rein was ich nicht so ganz empfehle erst wenn dann überhaupt mit level 58 da sind wir einen kleinen bug aber aber wie man es nimmt naja ich habe 30 xp schub drin und ich habe hier auch schon in meinen vermächtnis klasse mission schub halt komplett durchgemacht aber erfahrung geht doch relativ langsam man wird sehen wie schnell ich bin und auch wenn ich hier einen mobilen ähm gefährten linksrums hat ja warum nicht so und jetzt möchte barras natürlich dass wir ihm einfach sachen erledigen ich möchte dass ich nie die abfange die persönliche rücken weil er nie die gehören möchte weil er seinen erb vertraut hat niemanden der darf barras außer mir komischerweise hat gerade ein ach so den ja den punkt habe ich natürlich noch nicht mit uns legt sich besser niemand an doch doch da habe ich den texos raum kantina es ist ähm es sind entweder 4 gegen 4 oder 8 gegen 8 der pvp aber jeder gegen jeden gibt es nicht früher war es der fall äh verdammt weiter dass du imperial gegen republikaner spiel spielst aber mittlerweile haben dich halt so gesetzt dass es gar nicht mehr tut sondern ist einfach alles gemischt ist etwas schade aber überreicht sie dartern als geschenk der ehrerbietung das ist eure einzige schuld ich bin wie gesagt kein pvp freund mehr seit nachgemacht haben und genau du kannst aber auch überall auch noch wenn du pvp gefleckt bist mittlerweile pvp gefleckt bist kann man sich in eine andere phase rein porten und wenn du dann einen pvp triffst einen typen einen einen republikaner kannst du nicht auch immer angreifen wenn du es halt möchtest auf in 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 dann haben wir mal ein bisschen kampf geskippt wer möchte schon kämpfen und da wir wieder faule säcke sind porten muss wir ich habe die nicht drauf gespürt es kostet hat zeit und wenn man es nicht möchte und durch will wozu kann man sich halt abspielen und entscheidung haben wir mal den ganzen packen ist und auch musa und wundersamer weise ist hier auch plötzlich aufgetaucht und jetzt möchte das spiel dass wir weiter ziehen aber da ich auch wieder zu faul bin überzulatschen ja klar das ist doch das macht ja die story aus wenn man eigentlich die dialoge verfolgen nicht durchskippt aber da man schnell hier durchraschen kann ist ehrlich man kann wirklich alle dialoge skippen was das zeug hält die lehrtasse spam das ist zum beispiel ist nur ziemlich will wenn du flashpoints weil die flashpoints vielleicht von zwei dds ein tank einheiler sind eine instanz drinnen und lang sich durch bosse wenn da aber einer nicht ich einer skippt weil ich ja nicht sorry verfolgen will da wird dann so rum gemeckert was das zeug hält doch wieso es gibt ja wieder nicht doch endlich na klar manche wollen ja gern doch die story verfolgen meistens sagen sie so ist okay oh ich habe mein erstes gefechtsgeschäft ähm bisse und schaden weg wenn ich so viel schaden schocken das erleichtert uns enorm oh ich mag es nicht aber ganz ehrlich bin ich gerade draußen egal früher war es dir nicht egal weil wenn die mehr mögen kann sich natürlich auch mehr aber mittlerweile ist mir trotzdem so über was das zeug hält und weil die auch weil du auch einfach eine idee hast macht das halt ziemlich das stimmt haben sie wirklich die gespräche von damals wirklich sofort geführt das ist nämlich ein bisschen mich hier durch kämpfen weil sonst halten die mich halt doch auf einfach daran wenn du ein level unterschied nicht so gewaltig ist dann kicken die dich egal und wie von deinem gefährd runter aber wenn du ein höheres level hast dann passiert es halt nicht mehr auch hier nehmen wir natürlich wieder die bonus und leicht besiegt hier ist ein anführer noch auch und jetzt wieder damit haben wir auch hier auch ist durch da können wir leider uns nicht zum punkt rüber porten weil es leider keine aber danach müssen wir zu dachbares rüber da können wir wieder ja als tor ist ein echt schönes spiel das wird halt noch sehr viel gemien weil es einfach so einfach gehalten ist ja es wird halt einfacher gemacht aber wenn du level 70 bis und dann end content machst und dann dich ins nightmare begibt ist immer nicht mehr bleiben ja weil es gibt ja story story ja ist lächerlich dann gibt es die veteranen modus oder in hart mode und halt nightmare und nightmare ja das ist teilweise echt eine herausforderung auch ich habe noch nicht kompletten nightmare wird ob ich es jemals tun werde auch fragte ich eigentlich wahrscheinlich ich wäre mit meinem karten doch in der lage dazu aber versuche erstmal leute zu finden die nightmare laufen es ist nicht gerade in einer einer der großen gilden bist wo geht ich bin gar nicht in der gilden fragter ich bin gildenlos keiner mag mich hey barras komm ich bin mal lieb zu dir er möchte ihn quälen aber kriegt ihn nicht hin und passt sich darüber besser also ich glaube ein paar irgendwann mal welche mal mein lager hier mal wissen dann drüber zu kommen da müssen ein bisschen fliegen wenn wir den ort noch nicht erkundet haben wie lautet der bestimmungsort jemand könnte auch hinlaufen aber mit dem ja bist du wirklich noch manchmal ist gildenlos zu sein vom vorteil aber manchmal kann es sich nicht nerven wenn an jeder zweiten ecke du halt angefrochen von den hauptplaneten wenn du auf dem hauptplaneten bist du nur rum stehst bekommst du vor oder später wird sie angeflöst und dann beginn alle kommst du ja es spielt tatsächlich noch jemand es wie tor da sieht die eigentlich noch so ein paar questen aber das ist halt das sind die sorry questen der planeten aber will ihn nicht keine lust auf die da brauchte ich schon niemand ja da bin ich auch der meinung ich bin das ist ziemlich spät unterwegs ne vielleicht ne wow es ist selten wenn du halt spielst das hier so wenig leute sondern normalerweise leute hier wirklich wie ein bekloppt da durch du hast einfach keine ads hier aber wenn man jetzt zu spät spielt es ist kein wunder dass wir alles noch nicht leer gefegt ist kostet natürlich ein paar sekunden ist ok damit kann man nicht leben ey ich hab ihn eigentlich nicht anvisiert aber ist ok spiel und danke dass mich den falschen anvisiert hast ja das ist auch manchmal so auch wenn du den wie ich niemand anderen anvisiert hast manchmal als ich will trotzdem so irgendwie ich will ich ich bring doch den anderen an weil ich weiß auch nicht warum das mal der falle so bist du meinst du mich lustig und wett komm mal her komm mal her komm mal her komm mal her danke du brauchst hier nicht zu kämpfen wenn ich nicht da bin was bei новости Ok ok aber da war es ein Fall die haben ja die server zusammengelegt damals und man hatte dann mehrere monate zeit glaube ich ihn umzuwählen das war die geschichte es gab das recht ob der hauptser wurde ja mancher war das chain der server und alle die hat auch wandel war das chain sich befanden hatten halt das hauptrecht auf die hauptcharaktere ihren namen ist mir egal ist mit man ist natürlich etwas ganz überwegs jene haben natürlich dann ihre namen die wir die renange behalten wollten apostrophe und zentrum gesetzt ja kein freund davon aber jedem das seine gefällt rp ist ein ball play dadurch erschöpft ein charakter ist dir einen hinterher vor allem die gelitten hat ein weise ist oder was weiß ich und spielst mit anderen den charakter das siehst du eigentlich jeden spiel auch in ww daher und bin einfach mal gleich und muss mich nicht hier auch durch kämpfen der vorteil wenn nur ein maro oder ein wächter bist ja gar nicht als er war hier hoch springen einzige der den gefährte braucht natürlich etwas um nachzukommen war das überlebt ich habe den back vorsacht die lichtweiter verschwinden mit uns legt sich besser niemand an dann bin ich auch noch ein paar andere fraktionen rolle aber hauptsächlich so gewesen mit dem hauptserver und verdammt zu da gibt er die ganze spielerei mutter ich bin ich bin wow hör auf zu kicken ich hatte wenn die gegner mich kicken ja kann das überhaupt nicht ausschauen weil er es mag ja einfach einfach die Arschkarte was das betrifft hier müssen wir leider wieder komplett zurücklaufen aber wir müssen mit wickelball sprechen und daher und ich habe natürlich wieder bin natürlich in die falsche richtung gelaufen ah wir kommen vielleicht noch später zum roleplay rüber ja kann man vielleicht ein bisschen sachen so erleben die vielleicht unter die würdeln kommen mehr will ich nicht dazu sagen ich glaube es vielleicht schon etwas spiel dabei ist gerade die perfekte uhrzeit dafür solche sachen zu erleben einmal wird sehen wenn wir dann auf dem planeten kommen von nach nasa da oh ja das sind auch schöne karaktere ansturiden könnte ich auch echt nerven aber dafür kannst du dir auch nerven es maro kannst du leider nicht kicken ein bisschen schade aber hey dafür kannst du leute anspringen ich auch toll stirb aber du feigling holst natürlich dann noch deine freunde und man sehen hat ja super leicht zu besiegen jetzt bekommt man den hellen moment der hellen moment der war früher richtig wertvoll mittlerweile aber der zwei minuten an und du hast deine gefährden deine fähigkeiten wirklich zweimal durch casten und dass wir hatten die fähigkeiten der ganzen fertig du hattest einfach zehn minuten ab links zeit nicht so toll aber ja wieso den chat deaktivieren waren wir jetzt ich werde zu sehen ich bin ja nur kurz in dieser einen phase wo etwas geschrieben wird was ich so toll ist aber jetzt wirklich wirklich soweit geht dass es dazu kommt dass ich so viel schreibe und du denkst ob dies not ich natürlich den chat deaktivieren klar gleich geht's besser wir haben jetzt ich ich da und nun müssen ins letzte gebiet was sieht und dann sind wir auch schon auf drum und cast dann fertig wir können uns dann bereits auf dem nächsten planeten wir sind stark klar okay ich bin einmal doch soweit geflogen ja egal wir haben einen etwas längere flugreisung wir sagen da kannst du das kannst du nicht nur machen bis letztendlich wie gesagt es ist jetzt mittlerweile drei uhr morgens so es geht war teilweise doch um die nacht aber es gibt auch welche die dann doch schlafen gehen müssen das nächste mal any mit allen datacons da müsste ich einen neuen charakter einen neuen account wir machen weil ja hier ich habe alle datacons anja sagt nicht zu meinen vermächtnissen haben ich habe mir damals die mühe gemacht datacons zu holen könnten eigentlich die mission hier mitnehmen aber grundsätzlich kannst du natürlich den karakter so mögen wie du magst aber bedenke je nachdem es könnte sein dass der namen dann doch schon verfügbar sein sollte aber ich gebe dir einen tipp macht ihr einen doppelnamen und du kannst nämlich doppelnamen erstellen also mit einem leerzeichen dazwischen das ist von star wars mit beiden genehmigt immer wenn das ist ist der nachter wenn euch was und diese namen wie gesagt die ein leerzeichen haben haben mit 900 prozent bei kann man sagen zu 100 prozent songs dass die definitiv nicht vergeben sind und ja das flotten davon gibt es noch und ein gebrauchst nicht mehr als vier leute vier leute brauchen mindestens um das datacons zu holen er sind natürlich von nöten aber die findet sich relativ und warum habe ich hier so kleine weiß gar nicht ob es bei euch auch ist aber ich habe ja da seht ihr ich bin schon sehr gewohnt daran hier durchzulaufen ohne die erzucht wenn du weiß wie man durchläuft dann kann man echt sehr schön durchs killen ohne irgendwelche apps wollen jetzt würde wenn es wieder ein bisschen mit quatschen so ich ein schönes gespräch mit wenn sie hier weiß ob er ob ich den trigger da war ich jetzt mit dem raketen schon wieder durchfliege nein ich triggere ihn nicht gerade da lassen wir weiter ein bisschen kämpfen hier laufen indem sie mal hier weiter ja ich meine um die nutzer wie gesagt hätten natürlich in die andere richtung laufen ja das ich bin ich eigentlich nicht durch eignet für speedrunning eigentlich so machen mal bei dem spiel bei dem spiel bei dem spiel ich mag das spiel jetzt doch sehen irgendwie die ads weg 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 ah nein hexen mal gut nicht alle mach mal deinen job vorbei vergiss es ich würde den brecher mehr hoch da ist natürlich ein guter koppel wozu sagt bloß haben wir die raketen schon so man natürlich durchlaufen kann ich weiß jetzt nicht was du damit gemeint vielleicht kann ich nicht sagen ähm nein ich glaube nicht da kommt schon auf diese kranken ideen ja ich tut mir leid ich denke nicht glaube ich bin ich der erste aber hey alles gewissen war das erste mal auch da ist das AMG sogar mit mir mit das ist halt so hier wir haben immer eine eine drop chance ich weiß nicht wo es die drop chance ist bei den dinger aber nicht sehr hoch alter ist doch nicht weg egal soll sich wer drum kümmern ich habe hier keine zeit da sieht man zum beispiel ich habe hier kein item bekommen aber dafür der noch verwirrte forscher da habe ich noch ich weiß es nicht man wird es sehen ach vorher nur einen dritten auch noch weg ich habe immer noch bedenken bezüglich meiner zeit ich angegeben habe ich habe teilweise nur hochgerechnet wenn das ein gd hat jetzt nicht einfach hier ist halt hier durchlaufen und ihr diese drops geholt oder die gibt es noch sehr oft alter ok danke danke und wir können weiter ich vermisse ja ich muss immer sagen ich vermisse mein geschwertwurf du kannst du nicht schwerter werfen aber das erst mit level 40 oder mit ja das ist das ergänse ich immer wieder auf hallo das ist ein paar spieler hi hi als truppe wobei das mit ihnen sabotagen es geht es ist nicht so schlimm weil mittlerweile ist das spiel nämlich so gesetzt wenn du wenn das spiel merkt dass da viele leute in der instanz sind also an dieser einen stelle wird wird erst einmal er wird eine zweite stadt aufgemacht weil ich glaube ab und weiß nicht genau wie 100 leuten über 100 leute auf eine stanz sind öffnet weitere instanz und außerdem werden die ganzen apps auch schneller angezeigt also respawn ja vermächlich vorteile sind aktiv bezüglich halt dass man in den klassenmissionen höheres level bekommt also mehr ep bekommt aber trotzdem ist es nicht so toll du merkst einfach doch ja wie soll man sagen ganz ehrlich doch ziemlich träge ist wenn man wirklich alle missionen mitnimmt auf korriba wäre man glaube ich schon der will 18 wir haben wir 15 oft am drohen kars also ich werde dann teilweise immer wieder etwas unterlevelt sein das kann mal passieren muss aber nicht ja wenn ich mag es natürlich nicht da gibt mir mein schiff danke danke begeblich zum angang aber sicher doch ich bin das natürlich für die schnellreise er kommt wieder so kann mir halt wieder durchlaufen wir müssen ein einziges mal jetzt zu unserem hangar rüber ja ein einziges mal um halt unser schiff zu bestaunen und danach nie wieder weil alles kann man wieder schnell reise rüber machen also ein komischer der denkt dass er mich besiegen kann das einzelne nachdem du als kleiner char unterwegs bist auch noch du baust als maro einfach so wenig fokus auf so dass überhaupt nicht den rota durchfahren kann hey was soll ja sowas in der art wobei ich spiel doch einen anderen baum ich werde den fokus baum nicht anfang und ich kann das ist auf der webseite auf das reicht ja auch wenn das schiff zu verkaufen danke ja okay dann wirst du mich also auch wieder für 20 bringt ist okay ich jetzt können wir uns entscheiden nach der verdächtigen planet oder nach ballmora geht ich werde nicht erst mal nach ballmora gehen aber erstens vom level her besser ist besser und zweitens sagen sonst noch nasha da will man etwas zu heftig wo mittlerweile könnte man das auch so machen dein gefährte halt da schon gegen so ist es nicht und wir sind natürlich in dem ladeboss und wir können uns wieder hier durchlaufen ich habe gerade irgendwas gelernt ähm da hieb brauche ich nicht benutze ich nie naja was man auch noch sagen muss das kleine fun fact es ist immer so man kann sagen eine maro wächter war krankheit dass sie mal immer die leute anspringen müssen und dann noch vom tank ich auch diese krankheit ich pulle immer sehr sehr gerne blöden dann schnitt hey haben drei stunden vom marathon wobei war wird kontrolliert von deathly aliens ganz ehrlich zu sein was schon wenn du es jetzt einschaltet bereits 27 er erst über den tag bereits verpasst aber egal äh ach verdammt das ist ja ja eure team ist ein nusshörnchen ich bin natürlich jetzt gerade ähm zu cis hexenlager gelaufen blablabla 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 oh ich habe ein neues lichtschwer schon besser das ist das der nachteil wenn du manchmal die rein zieht bei das spiel das ihr einfach nicht checkt dass es die flots verwenden kann das ist das der nusshörnchen Ist das denn überhaupt der richtige Spawnpunkt? Manchmal ist das Spiel ein bisschen blöd. Man kann da nicht wirklich viel machen. Okay, dann räume er schön auf. Ich würde keinen Zwang haben. Dessen bin ich auf Balmora unterwegs. Und werden wir hier weiter questen. Wieder auch meine schlaue Karte. Ohne Karte bin ich immer aufgeschmissen. Ja. Oh, hey. Jetzt schon. Verdammt, ich hab doch welche gepackt. Nee. Geht weg. Mag euch nicht. Hallo? Danke. Passt du, wenn die Fähigkeit noch nicht... Nein. Nein. Wow. Ich bin festgestockt. Ich wollte auch nicht gestockt genossen. Ja, manchmal kannst du dich, wenn du dich ungeschickt anstellst, wie mich gerade, kann man wirklich... nicht festgestockt. Ich bin festgestockt. Und man kommt hier dann nicht mehr. Man muss irgendwie das Stuck eingeben, feststecken. Oder wenn man halt ganz besch... Oder und wenn man halt grad den Kampfer wickelt ist, stirbt man. Hier spielt die Musik. Du musst nicht wettangreifen. Ich darf die auf jeden Fall abknutschen, aber nicht hier. Das hat Sinn von etwas in diesem Begriff gefordert. Ich brauch denаєten抽z W Spirit. die ads sind hier denn noch unterwegs so viele eindeutig spiel mag ich das kann ich höre ich meine tastengehaue ja hört man ja gg für mechanische klassen äh komm Wenn sie ich bleibe ich, wenn sie ich kriege. Wo hin muss ich? Ah! Geh raus! Kamerat, die Rede? Zeige alle autorisierten Ziele an. Ich hoffe, dass es in die Richtung gekommen ist. Ja, sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ja, dass wir den Ansch... kurz schlafen und dann wieder weiterschauen. Kommt mir bekannt vor, das macht auch relativ gut. Warte. Warte. Genau das, was ich... Der Fall ist gerade eingetreten. Nämlich... Nicht dort, wo du es möchtest. Nämlich... Du musst... Eigentlich so in dem Punkt rüberfliegen. Reiseroute bestätigt. Weil du einfach da viel schneller rüberkommst. Jetzt machst du natürlich einen großen Umweg, weil der erstmal darunter geflogen wird. Genau das, was ich halt... gesagt. Na gut, du bist gleich jetzt etwas weit... Und es kommt dir vielleicht so vor, es wäre so weiter weg. Vielleicht ist es doch etwas ziemlich weit weg. Na egal. Ey, wo führst du mich hin? Spiel! Nein! Nein! Hier gibt es auch wieder Heldenmissionen, die man halt gerade gesehen hat. Können wir, ne? Aber ganz ehrlich, ich habe da keinen Bock drauf und... Ich glaube, das... Ja, das überlebe ich. Ich dachte, das letzte Ziel, was erreicht werden soll, ist... Soll ich sagen? Ja, ich werde es sagen. Ich muss meinen lieben Darth Varas konfrontieren mit Ende des Kapitel 3. Weil Siss Hirashi... Sagt so, ähm, ja, ähm, wir töten mal unsere eigenen Leute. Wenn das dann zu Ende ist mit Kapitel 3... Soll es vorbei sein. Und ich mache mir das gerade das Leben schwer und... Hey. Gerade... Nimm ich den großen Umweg. Vielleicht hätte ich doch dem Spiel vertrauen sollen und... Meinen Töne, sie werden Nusshörnchen. Rägt wieder zu. Aber ist bei mir nichts Neues. Komm, geh hoch. Auf. 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 Danke. Danke. を28 Auf. Ich hatte alle gesammelt, aber... aber man kann sie immer wieder gerne immer wieder sammeln an lust und ich hätte ihn doch in außen nehmen okay ich habe es verstanden und datacons zusammen sind teilweise links wie wer kommt auch diese mann wo die sich ja es wird wow das ist bioware da rund ja freud genau isaacs natürlich natürlich Isaacs ins Problem jetzt werde ich ja ein bisschen ob ich da runter Falsch wie immer Warum Türen sie dann los hören? Manchmal siehst du auch nicht genau wo genau du hingehst Das Spiel das dir nur vage anzeigt Ah, da, ok Und es könnte sein, dass ich grad Sein, dass ich vielleicht etwas zu viel gepullt hab Wo ist Wett dahin? Komm, heil mich mal Danke Ich glaube ich muss jetzt gleich ein Poding kaufen Aber ist egal Ich hab ja meinen Hier Sonden Solange ich nicht in den Tod springe Kann mich immer überall wiederbeleben Was man teilweise auch wirklich schön abkürzen kann Gleich geht's besser Ich hab doch etwas zu viel gepullt Das konnte Wett nicht Ich hab ja zu, das war meine Schuld Komm, sterb doch einfach Komm, sterb doch einfach Wenn ich damit anfange Ok, mach das Säume rechts Komm, sterb, 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 sterb Danke Da Dort gäbe es enthüte Gegner Wo du ein bisschen EG oder so bekommen sind Machen wir doch die harte Tour Machen wir doch die harte Tour Lässt es bitteschön Bis Hier Es gibt keine Zeugen Hochschule Hier Hier Bitte ab Seh Es ist nicht da Ah Dagegen siehst sie Autsch Es ups ok hat hat sie nicht so gern gemocht und wir fliegen wieder zurück nach zoppeg alle auf die jungs sind, ach kein dach, ACH GEH WECK hab ich wieder verfecht? Störung, ah, ich muss verbrechen kann man irgendwann mal bitten, ey irgendwann mal ich benutze das Poloklaminer in seinem Büro nur ne schönes Dammel und ich muss um durchgefahren so schade ich stehe ein, sie schade tut es nicht Frau Bettmann möchte mehr reden nicht jetzt so, dann nehmen wir mal kurz die Ausbildung damit, damit er zufrieden ist die Macht ist eine Waffe ich werde euch lehren sie zu führen weiß ich wie gesagt nie anwenden wird zeigt keine Gnade aber hey vielleicht benutze ich ihn ja doch mal irgendwann verbrechen, das könnte man manchmal einmal anwenden andere den Hemden gibt damals die Operation einfach selten benutzt Reiseroute bestätigt benutze ich den auch wenig nämlich sogar gar nicht weil die einfach die Bosse Operationsboss einfach komplett immun dagegen sind und von daher unnötig ist kurzer Test hier ist dass der Chat sich gerne mal auf hängt nachdem dass ich irgendwas verpasse ähm ja ich glaub dann dauert das doppel so lang weil die reden manchmal finde ich sowas so viel schon abartig und bevor ihr was auch sagt hier unten ist meine Vermächtnisbank ja mein Vermächtnisleid aber ich bin der Vermächtnis 50 ich hab auch schon mal bei oben geschrieben so im jahr mein Vermächtnisleid verpackt dann sag ja toll ähm bei mir leider auch gleich sollte ich mal doch ein anderes äh Pferd rausnehmen weil ich glaub der hat hier doch ziemlich darunter gesammelt die Sammlung ja ich hab zu also paar Transporte mit genau erhöht da runtergestoßen zu was möchte ich am Bett komm mal her komm mal her komm mal her ja du kannst deinen Gefährten immer wieder rein rufen um das zu setzen ganz praktisch wir kurz laufen ja wie sagt unterbrechen das ist die Störung ja aber der Hemmel Heap ruide ruide nein geh weg ja da hat man jetzt die blöden ruide gesehen und geh weg geh weg geh weg nein 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 lass 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 mich der verfehlt so viel live ja da haben wir die Erschüttungsmire ne die man vorhin schon mal angesprochen haben die man vorhin schon mal angesprochen haben guckt das nicht wir schließen wieder weiter wir wollen ja natürlich nicht aufgehalten werden von irgendwelchen gegnern wir müssen darauf achten dass wir genau durch die Mitte fahren durch die Mitte oh ne ich singe lieber weil sonst triggern wir natürlich die Ads und wir wollen natürlich die Ads so schnell wie möglich vermeiden hier auch hier auch einmal bringt ein bisschen Erfahrungspunkte .. nicht viel aber hey immerhin Die könnten später für wichtig sein Und jump! Das liebe ich an Wächter, Leute anzuspringen Du kannst aber so sehr viel beschleunigen teilweise Okay, als Syshexe oder als Attentäter könntest du dich durchtarnen Trotzdem, das ist nicht meins Habe ich dann doch den Ehrgeiz Da will ich dann wieder durchsuchen Habe ich gefolgt Okay, die steht aber auch blöd Und ganz ehrlich sagen Ja, erst mit Level 61 bekomme ich alle fünf von den sogenannten Machtblitz Oder ne, Kling Wie heißt der noch auf der Ebenstadt? Ich hab's vergessen Ein wahnsinniger Sprint Ich hab mich nicht anvisiert Ja, oh, Edron Wir brauchen natürlich schon ein bisschen vor, weil wir den Aufzug erreichen wollen Ich bin ja so ein Freund, ich hasse... Nein! Genau deswegen hasse ich Aufzüge Wett, komm mal her Komm mal her, Wett Dann mal los! Genau deswegen hasse ich Aufzüge, weil die Aufzüge, die ich angewohnt habe, immer dann wegzufahren Und ich verstehe Ja, das ist, ähm, Attentäter können Nur die Attentäter und Davos Manöpfle Und sich tarnen Aber ich meine halt, die Klasse an sich Kommst halt schneller Kannst du halt ein bisschen schneller auch noch durchlaufen, weil du halt Die überhaupt nicht um die Edge kümmern musst Aber bist du kämpfen musst halt trotzdem Weil wenn du nicht kämpfst Dann bekommst du ja nach Förderungspunkte Dann müsstest du viel mehr Quests mitnehmen Und warte auf mich auf, so danke Lasst uns reden, wenn wir die Gelegenheit haben Wir werden reden, wenn wir die Gelegenheit haben Aber nicht jetzt wird Und, äh, da Von daher Ist es ganz gut, dass ich nicht den Abwehr gewählt habe Wenn er sich auch bestimmt trotzdem ein paar Minuten schon Abkürzen könnte Jetzt ist nicht irgendwelche Tarnsonnen unterwegs Ich bin ein bisschen so bin ich jetzt wirklich mitnehmen auch schon jetzt wer noch genug gegen goldys kampf Die Brüder, die Kugel sind, ist er jetzt, und wir, werden wir. Warum hockst du da rum und hilfst mir nicht? Ich weiß, dass du ein Imperialer bist. Oh, ich hab so ne gute Entscheidung getroffen, weil ich zu schnell durchgelaufen bin. Oh, ich hab so ne gute Entscheidung getroffen, weil ich zu schnell durchgelaufen bin. Oh süß, ich wollte mir den auch. Oh nein, wie kann ich nur als Ciss jemanden am Leben lassen? Ich weiß es nicht. Tut mir leid. Sofort a Wagequit. Aber das geht gar nicht, ne? Ich... Ich hoffe, dass er sie mich... Wer kann ich dir... Fisch mich. Fange den... Da... Das ist das nicht, actually. und wir flitzen und blitzen wobei das ist nicht blitzen wir sitzen auf eine die station stuhl waren blitzen die ganz anderes und nein ich werde es nicht erläutern ich meine es die drei liga und wir können wieder auf mich zu stammen ich hasse wenn die leute mich anfangen zu das war aber reichlich knapp ich habe sie werden ich werde diesen sieg bis zum schloss auskosten die ließen wir mal eben und tschüss kommt tschüss wenn man sie jetzt ein bisschen anschaut da hätte keine wunde ich bin aus ich oder dies ist das freut man sich doch da kann ich mir jetzt eigentlich nicht wenn wir wollen oder auch wenn ich muss überhaupt noch kommen er so den bei zusagen mit dem Schiff, ne? Ich... und... äh... ich... Geh auf... doch... fern... wir... essen... Gleich geht's besser Geh dort, begib dich zum Hangar, deine St... Ja, stimmt... Na gut, ich hab was falsch gesagt von vorhin Wir müssen doch noch mal zum Hangar Ahhhh Irgendwie sind Ja, und ich weiß nicht warum, aber irgendwie kommt dir immer so vor dass Countdown unterwegs ist dass Countdown immer schneller ist als Transportmittel Aber ich weiß nicht warum das das war Irgendwie denke ich dass die meisten Spieler sind da meiner Meinung Countdown ist immer wieder schneller unterwegs als andere Das wird schon wieder... Nein! Das wird schon wieder... Nein! Das wird schon wieder... Bis ich wieder gebraucht bin Tschüss mal dabei! Ich laufe nicht mit dir mit! Soll wetten! Danke! Danke! Ein Warrer, glaube ich sogar Ok, Uhrzeit, Frühstück? Ok Wie ich sehe bist du nur... Oh, ja, ja, komm! Das ist ja auch schon Das ist ja auch schon Das ist ja auch schon war das Spiel perfekt So, jetzt müssen wir darauf achten dass der Chat eventuell aus ist wenn wir in den Bereich kommen wo der Sagen-Chat angeht was ist Ja, die Sagen nicht Ich bin ehrlich Machen Die Zähne Die Zähne Das ist ja auch Das ist ja auch Die Zähne Wenn die Zähne Das ist ja auch Das ist ja auch ja das stimmt aber war aktuell genauso daumen haben wir jetzt mal schauen ist ob wir uns fürchten müssen wenn sie denn sagen ab geht dann werde ich dann doch ein bisschen im chat mal kurz minimieren also in game chat machen wie schon angesprochen es könnte mal passieren dass da was geschickt was nicht sehr schön ist aber wir kommen erst später während wir wissen darum fliegen dass ich kurz mal mit uns legt sich besser niemand an und wir angekommen sind wissen wir und klar um die uhrzeit wird wahrscheinlich nicht nicht viel von diesem rp unterwegs sein aber es gibt immer wieder verrückte leute ist dann doch übertreiben vor allem wir haben samstag weiter auf samstag und die meisten müssen heute und morgen auf dem arbeit der geschäft geniebte Frau Beth, bist du schwach? Okay, ich hab dich auf die Idee gestellt, deswegen macht ihr auch so gut wie gar nichts, der sich erst um mich kümmert, wenn ich hier heilen soll Was hat ihr da gerät, ich weiß es nicht, aber irgendwie soll ich ein Puttenkartell, mach ich doch gerne Bis jetzt müssen wir noch ein paar mal die Begleiter rumfliegen, Anasha da ist es wirklich notwendig, Anasha da so ein Gegend, wow, achso, ich wollte gerade schon sagen, wow, die Uhrzeit, vier Instanzen, die drei Instanzen, nee, so die dritte Instanzen, hier sieht man halt, es gab mal kurzzeitige Instanzen, Anasha da, aber Mit weißen, drei Instanzen, drei ist halt geblieben So, hier, das ist der Raum, ja, wo jetzt schöne RP stattfindet, davon will immer die ganze Zeit hier reden Das ist wirklich manchmal Wenn man zur richtigen Zeit hat, am richtigen Ort ist, dann geht's richtig In WoW auch nicht die Anlass, wenn du richtig im Server unterwegs bist, dann real in dieses Verteil, also am Rande Oh, da sieht man, ich muss ziemlich weit, äh, offen Ich muss mich sofort sagen, physikal fahren und Gleich geht's besser Ich könnte natürlich auch hier so eine Quest hier annehmen, aber, äh Nö, einfach Da gibt's auch noch eine Story Quest, bis ich von Nasha da Aber auch da, nö Die kicken mich auch so runter Ach, komm, ey Äh, jetzt, da sehe ich mich, wenn ich mich unterstehe, ich bin Level 19, der ist Level 20 Hey Wett, komm mal her, komm mal, ja, Wett, Wett, Wett Wett, Wett, Wett Dann mal los? Ja Ah, umso niedriges Level du hast, umso größere Chancen ist einfach, dass du einfach geklickt wird Und, äh Orientieren sich mit Nasha steckt wieder zu Ich erinnere mich über den langen Weg, genau Was Neues bei mir? Nein Komm mal wieder mit Ähm, nein Die Flashpoints Würden teilweise, glaub ich, sogar mit dazu stehen Aber ich mach wirklich Nur die Story an sich durch Ja, ich hab die Gruppe gefüllt Und deswegen werden die Flashpoints nicht dazu genommen Weil die würden, ja, glaub ich, sogar wieder, wiederum Die Planeten-Stories dazu gehören Ich mach ja die Planeten-Stories nicht Obwohl, ich könnte die machen, so teilweise natürlich paar Missionen Wenn ich weiß, so, irgendjahr, die gibt es schnell und so Ah, die Hutten Hi Ihr solltet euch besser dem Da ich krieg Ich Schöpfe Ich Wie schätzt ihr die Chance? Nein Und 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 Das ist Oh, da ist er gestorben Oh, da ist er gestorben Ihr Meister wird euch Eres und Haldidin sind schön zurück Okay, einmal zum Chorillianischen Sektor Ach so spart man Viel Zeit Da man die Schnellreise wirklich auf 6 Stunden Cooldom setzen kann Nämlich überhaupt keinen Pro Abklingzeit Wenn man zum Beispiel auf B2Player ist Dann hat man Pro Abklingzeit, die du halt runtersetzen musst Per welchen ist Ich hoffe, das kannst du sogar mit einem Credit Limit Aber Trotzdem Ich weiß gar nicht Ich sitze mal zum Promenade Ich muss eh von der Mitte aus rüber Und noch muss ich Nein, ich muss ich sagen, Chef noch nicht ausmachen Aber eher als wenn du in die Mitte reinläufst Die Taxiplattform sind geöffnet Hörst du Oder sie liest du die Stimmen Sag mal so, mittlerweile kriegst du Clash Points Alle Solo hin Es gibt halt für viele Es war Solo Instanzen Wo der war sein Uber Gefechtsgestütz Gefechtsruhe hier zur Verfügung gestellt wird Oh, ich werde sie nicht Ich werde sie nicht Was auch schon Oh. Den wir hier nicht kaufen. Barak, also. Ah, das ist... Ah, ich bin. Standweise. Das ist mein Barak-Töp. Ah, Barak-Töp. Jetzt haben wir auch mal die verschiedenen exotischen Begriffen. Gar nicht. Ist das die Helm sind immer verwackt? Ich will mal kurz schauen. Ah, ich bin froh, dass ich eure... Ich will ja. Ne, das ist auf der anderen Seite. Das will ich kurz schauen. Weil ich glaub, da gab's immer einen Bug. Haben die den behoben? Oh mein Gott, die haben den behoben. Wow. Ja, früher hast du immer den anderen Typen gesehen, den Storys. Aber den gibt's wirklich nicht mehr. Ah. Ah. Ah, okay. Ja. Die haben wie gesagt vieles vereinfacht. Deswegen gibt's auch sehr viele Mimi. Der hat die Roammeckern alles so einfach geworden. Aber du kannst wirklich mal Storys spielen. Wenn du noch gewöhnt bist, mit den Story-Operationen, dann wirst du bedenken... Ähm... Was? Wirklich? Ja, wirklich. Die haben teilweise wirklich so viel vereinfacht. Da sag ich halt nur Schreckenspalast. Der Kalafayos, unser Zukunftsvergangenheitsboss. Die haben aber die dritte Phase rausgenommen. Ich glaub, das sagt alles. Das ist aber jammer schade. Aber nur Story-Mode, ne? Mark-Mode ist geblieben. Der wundert sich auch viele, wenn die Kart-Mode laufen. Ach, ich lauf Story-Mode. Und ich kann bisschen Mark-Mode oder so. Was ist denn das? Ja. Story. Content. Ich hab keine Ahnung. Ich hab's mir so gedacht. Ich will's einfach mal machen. Das ist ganz lustig. Wieso halt nicht alle Tage, ne? Ah! Wieso hab ich da kein Schloss gesetzt? Ach. 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 Kommen, töten wir die einfach. Ich muss Gespräche verwickeln Ja stimmt ja, wir müssen ja ein bisschen die Republikaner unterstützen, da war ja was Aber ich habe keinen Bock ob ich ein bisschen belastet Neeee Oh mein Gott. Da sind die Wolfer hier einmarsch Mit uns legt sich besser niemand an Ja, leider Oh cool Hochbruschen auf Westen Ja, freut mich, gefällt Ja stimmt, hab ich wieder pack dich? Huch Diese Imperiale Betrug, Verrat Oh, wir sind Level 22 Und ich bin 20 Okay Ich bin etwas unter Level Aber nur etwas Hm Du kannst ja zu Kein Wahrscheinlich Letzten Sektor rüber Man muss halt hier auf Nachschaut Das weiß man immer ziemlich genau Muss immer in jeden Sektor einmal rein Deswegen ist eigentlich immer der richtige Punkt Die Promenade hinzukriegen Die Taxi-Gradfahrten sind geöffnet Ich fühle es auch relativ schnell ab Ich sollte vielleicht ein bisschen leveln Oh Oh Wie man kann mit überbewertet Na klar besiegt sich trotzdem aber irgendwann dann doch ziemlich am ende weiß er noch so wie to play zeiten da habe ich recht immer unterlevelt die ganze zeit haben wir dort total geflucht warum ich nicht drankomme und ja wenn man wenn wir so ein datacont hier unten ist ein datacont da sieht man was man dorthin kommt das könnt ihr selber rausfinden irgendwie mal spielen wollen aber da könnt ihr mal datacont sehen und ja es ist ziemlich einfach reich zu bekommen gewusst hat gleich werde ich dann nach dem one zeigen paar kleine sachen das ist sowas zum beispiel wenn die zeit ist zu fest ja ich schau auch meinen chat an ich glaube ich habe solche mario story weil die mir am besten gefällt und euch den chat entscheiden lassen ich glaube die große zucht war naja im peri jahre ja weil wir haben ja kekse heute ein keks ich habe kekse ich könnte weiß ich ob ich soll ob ich mein wort den weg glaube ich lassen sie war sonst wieder account mit später eventuell das spiel so gesagt und so ich kann nicht fsk am 8 oder so wie und wer ist das denn die kann durchlaufen und ich muss team fien unfair auch level 23 bisschen unterlevelten auch nur ein bisschen dass er nach der minute level ist auch ein bisschen du machst weniger schauen auf die als werde das gedacht niemand leider ist das so eine tatsache ja theoretisch könnte natürlich immer mehr helfen durchzuspielen das ist halt grundsätzlich möglich und wir es natürlich auch so viel einfacher machen oder sagt ich wirklich so ich möchte doch alleine hier durchlaufen und jetzt kommen welches level 23 und 23 ihr kannte und wenn ich was auch immer ihr die wenn der was boah ihr seid boah ihr seid eure freiklinge hier spielt die musik hier spielt die musik oh ich darf mein unterbrechen raus mein stamm sei voraus gemacht mein stamm sei voraus gemacht mein stamm sei voraus gemacht ich gebe auch dir danke dass sie der tod zu lord barras wird ein ich lasst uns reden da kann ich mir jetzt das schiff kaufen ja kann ich ja gut jetzt können wir direkt zum schiff porten und müssen natürlich so sofort schnell durch und müssen uns nicht erst zum raumhafen porten und dann dann noch zum schiff rüber latschen nach ne direkt hier weiter du warst sehr gut du warst sehr gut sind du erscheint mit diesen es schiffen und jetzt reden wir ein bisschen mit vet damit wir ein bisschen erfahrung von bekommen und damit legen wir uns ein bisschen gerne mal wisst ihr viele deines fahr meinen wir und all ihr wie du hast gelernt dass ja es ist voll niedrig was ihr da redet also sie redet über die kindheit und wenn du sie freundlich behandelst dann freut sie sich auch gut darüber was du mit dir redet was suchst du nach einer beschein als ist du hast bist du riechble erinnerung wer am ab und theoretisch kann man auch welche quinn reden aber auch genau ja wir haben über raum gesehen der seite die hat die kardin zugefügt haben musste nicht mehr zu deinem schiffchen navigator sondern kann es direkt einfach raus latschen aber die tür schon anklicken früher musst du wirklich dass man das schiff steuern zum schiff wollte gehen dann kannst du erst die tür schon besser manchmal kannst du da durchlaufen und auch komm geht weg sterb sterb das ist ähm man kann dass wir Thor helle und dunkle scheinen treffen aber noch keine auswirkungen haben wir haben erst eine auswirkung in die Portet und Potfer also den großen Content Erweiterung ähm immer du musst nur wissen welche Uhrzeit was los ist und wann aber natürlich ist immer was los um mal zurück zu kommen es hat eine fixe eigentlich eine fixe Abfolge die 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 etwas früher alles hier gelehrt wo du erst später ist hin musste ich hasse ich habe euch das schon mal gesagt ich liebe ich warte schon drauf wenn ich den leuten hochheben kann oh der ist lvl 24 überhaupt nicht ich glaube es ist wirklich so dass wenn du höhere level angereist ich wollte noch mehr erfahrungspunkte aber trotzdem es ist nicht schön gegen den etwas höhere level zu kämpfen viel schade wenn wir mal abgeblockt aber so langsam kann ich meine rota fahren wo schaust du hin? alli aber gibt es probleme? die angst die angst ich brauche die fähigkeit die engst die engst die engst die engst die engst Das war's für heute. Ja, der Nachteil, wenn du so viele Kriegner hast. Hallo, da. Jetzt gäbe es noch, wenn man hier noch paar Konsolen hier anklicken kann, ist aber ganz ehrlich, kein Bock. Es scheint nicht, wenn ich meine nicht will. Das haltet, hätte ich nur auf und bin einfach wieder zurück in meinem Schiff. Ich habe hier so eine schöne Schiff-Funktion. Und das macht es so viel einfacher. Ja, okay. Damit gibt es noch wieder ganz besonders die Levels. Aber hey! Ich brauche schon zu leveln. Es ist schön, Sie zu sehen. Ich habe ihr erlaubt, ihr könnt hier neu zu schreiben. Nun, der Nomenkopf. Sie wieder, du und ich will dann vor. So, ja, jetzt gibt es die Option, entweder nach Shadar oder Tatooine aufzuholen. Aber wir müssen nach Tatooine, weil, ähm, nach Shadar, ähm. Aber alter Rad ist, ähm, vom Level her zu hoch. Das Tatooine ist vom Level her schon ziemlich hoch. Die Wüste von Tatooine erwartet dich, mein Schüler. Ich... Und bei mir ist alles aus, von daher, aber trotzdem danke. Tatooine. 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 Das Tatooine. Tatooine. Was? auch nö wieso ist da unten noch ein typ den habe ich völlig vergessen jetzt kann ich rück latschen doch ich spiele selbst aber wie gesagt es wird auf dem in deutsch das sind also ein noch höherer delay hier ist es so dass wir halt zweimen und wird von spieken noch mal weiter gecaptured und dass diese kategorie nennt sich eigentlich von spiel 1 naja ich bin jetzt schon unterleveld fällt mich auch doch keiner gesehen ich schrechne da das sieg von der tatooine so an die rolle Kann ich Er reißt es hier Kann rüber Kann etwas abkürzen Wenn man wirklich genauhängig sein muss, das stimmt schon Versuche so schnell möglichst durch die Story zu kommen Ohne großartig zu leveln Ich war level 1 bis level 22 Und jetzt Ja, die Gegner sind Level 24 Und trotzdem Dann skippe ich die einfach Da ich keinen Bock auf die habe Die Welt war ich Ach, das ist schön, der Sanddämon Ach, das ist eine schöne Quelle Der Sanddämon, das ist halt so ein Das gerne Leute Ein bisschen ärgert Wenn du dich genau die richtige Position machst Wird es nicht angreifen Aber Darum muss er erstmal kommen Teilweise nicht Kriege ich den Weltverkauf von level 1 bis level 15 Okay, den kann man toppen Du kannst Du kannst bis level 50 Das schaffen Und Das kannst du wirklich durchfaschen 1 bis level 50 Brauchst du in 5 Stunden Wenn du dich wirklich anstrengst Also von leveln Leveln her Nur leveln Und um Meinen zu Die, die Lust haben Schauen wir weiter zu Normalerweise Sagt das spiel So mit level 50 Solltest du es schaffen Ja Weil ganz zu Anfang war das Cap level 50 Das war das allererste Cap So dass du wirklich Wenn du den Planeten Wenn du halt alle Durchgespielt hast Kannst du froh sein Wenn du wirklich Level 50 bist Und halt wirklich Alles noch durchgespielt Aber mittlerweile Ist ja das Level Cap Level 70 Aber die haben dafür Auf dem Planeten Es hat so gemacht Dass das Level Skaliert wird Also ich glaube Petuin hat ein Level Cap Bis level 28 Meine ja Ne 26 Das glaube ich Das Halt ganz praktisch Etwas Ja vielleicht Mach ich es wirklich Immerhin Das ist eine schnelle Quest Die man da machen kann Ein schöner H2 Weil ich muss Ein bisschen leveln Muss ich Eine schnelle H2 Die man mitnehmen kann Um diese Rüstung zu bekommen Weil du bekommst Keine viel Rüstung Und wenn du keine Rüstung hast Also kein Schaden Und wenn du keinen Schaden machst Ist es für dich Es schwer Das machen wir schnell Ja Wurmfutter Ist doch wundervoll Der Titel Ne Ein paar H2 Ein paar H2s Muss ich Demnächst Wirklich mit Sonst Sonst Werde ich So langsam Probleme Willkommen Wollen spätestens Wenn ich nur Alderaan bin Alderaan hat ein Level Cap Von 32 Nur mal so zu Info Ja genau Dauert auch nur 20 Minuten Vorausgesetzt er ist da Hab ich vor Ich sorge nach Ähm Ich könnte Viele mehr Ich werde nicht weich Siehst du Okay Das war falsch Verdammt Ich möchte nicht Den Sanddämon Kiemen Ich könnte Genau Ich werde Schau mir in Du bist nun mein Haustier Schade Ach das Das hab ich Allvergissen Vergessen Was das ist Aber egal Jetzt schon Wir sind Das Huntier Ist jetzt Das gibt sich schon Na dann Beruht Doch Aber tschüss Verfolge die Bewegung In der Paderwanschule Muss ich wieder raus Es gibt keine BVP Gefahr mehr Kannst du bitte Wählen BVP Leider Ganz ehrlich Leider Wäre wirklich schöner gewesen Wenn du Jederzeit Befleckt werden kannst Aber dabei Wenn du Basis reinhust Bist nicht Befleckt Wirst nie Wieder Befleckt Echt Schau Na ja So ist es Nur keine Ads Mit Es sind Alle Viele Planeten Abklappern Abklappern Gibt ja Ja Oh Level 25 Ähm Ja Ähm Weiß ja nicht Kann es sein Dass ich Noch weiter Über Interlevelt Bin Gleich Gleich geht's Besser Ich Habe Es Ihr Nose Ich werde Freundlicher Ich Die Sie Zeit War ich Die Dann Ansehen Hier Dring Reise Oase Wo ist Die Oase Ja Ich vermisse Wie ich das OP Flex sein Ich vermisse Es Genau wie die Hybridbäume Jetzt hast du Diesen Einheitsbrei Ja Hier Einen eigenen Baum Und Sehen wir Nicht Einerseits Ist Ist Es So Das Es Machen Könnte Aber es Geht Manche Die Noch Etwas Zeit In Anfurt Und So Schnell Level So Gar Nicht Mal Im Dungeon Oh Ja Oh Er war 26 Okay Ja Ja das hat keiner gesehen das hat keiner gesehen gleich geht's besser wahrscheinlich bin ich eh wieder falsch weil ich nur uns hier so in Lust zu halten na wie immer wahrscheinlich muss ich wieder unten entlang ich habe mir die Tür hier hoch zu kleidern das habe ich umsonst gemacht ja jetzt etwas etwas gechillter ja ich bin hier völlig falsch natürlich wie immer wie gesagt wie immer brauche ich natürlich in die falsche Richtung ist das was neues nein kann ich was dafür ja will ich was dafür haben ich überlebe ich überlebe es zwar aber Red kommst du aus dem Kampf raus wäre lieb ach man bad Billy ich musste um den da oben campen so wie ich eigentlich in campen bin kann ich dich nicht heilen weil der Nacht hat mei weiß du mich genau da Was auch immer ihr da treibt Und das spiel sagt mir natürlich wieder mal nicht dass ich hier in gleiter benutzen hätte können wie ich es liebe Ja werden zwar auch gelaufen sein wirklich das dass wir nicht an sich aus Bis dann doch recht so knapp gemessen habe ich weiß es nicht man wird sehen Soll ich wieder was bekommen der schnittredaktion Das eben ob momentan das ist so lange ich nicht um den baum habe ich kacke Soll ich auf 30 sekunden cooldown bekommen kann man ja bekommen Aber erst später Ich bin wohl noch besiege die sand leute Öffne Öffne Ja stun mich für euch ist okay Wer kennt die sand leute nicht Die eine große rolle gespielt haben im ersten film Äh Evett wo bist du gewesen Du blöde wett Das ist der nachteil auch an einem maro wenn du hier anspringt Wett bleibt hinten stehen Die kommt nicht zu dir mit Leider Leider Ich ehrlich sagen Das ist er Wettbewerfen Wettbewerfen Ich kann immer noch nicht meine Rota fahren Leider Ja, und ob wir schon, wo wir schon so unterlevelt sind, sind wir trotzdem weiter, weil, äh, kämpfen? Nö. Level? Nö. Wozu? Weil jetzt müssen wir, selbst oder so kämpfen? War das nicht? Die OAs Du Dipp Es ist wirklich Sven Benta So, ich werd die B Merkst du Sino? Ich bin Ich werd nun Versiege dein Spiegelbild Oh, hier Level 24 Ja, das ist einfach Du hast bewegende, klar? Kannst du es? Verbotete Ich hab Ersteck so Kann Dass ich Dich Und weiter geht's Und weiter geht's Oh ja Das war es wirklich Das war noch Zeit, ne? Ja Aber wie gesagt, mittlerweile Ist es ziemlich einfach gehalten worden Ist es ziemlich einfach gehalten worden Du hast nicht Du hast Wormfot Hallo Ich bin sie Wie Ihr das im Das egal Jetzt Und Mit uns legt sich besser niemand an Ich werde immer noch holen Wir können ja mal kurz schauen, ob überhaupt der Heißlochballon hier da ist Wie schon vorhin angesagt Es gibt ja einen Heißlochballon Auf den muss man warten, wenn man Pech hat Der braucht 20 Minuten Der ziemlich Lama schon unterwegs ist Und Der führt uns dann zu zwei Datacons Ziemlich ätzend Lord Zash Oh ja Lord Zash war Nicht einfach Aber den schlimmsten Gegner fand ich immer noch Ob Wos dann In einen Typen als Hexe Ich hab da geflucht was das Zeug sonst hält Und darf Sanaton nicht vergessen Echt Das ist Euer Die What Ui Die Die sind Level 28 Du Kinnen Oh Diese ist ein Basengang schaffe ich nicht Wow Ehe Ok ok ich hab verstanden da seht ihr es bin doch etwas unterlevelt nur etwas über ja das war er und jetzt ist das sanaton nee da wollte ich gar nicht und jetzt ist darfst du einfach nur noch ein witz wenn du bald nach korriban kommt du kannst deinen gefährden losschicken er hat einfach weg er haut ihn einfach weg was das zeug hält das einfach gechillt irgendwo was und was zu essen machen also wo sind die h2 ist wo ist das h2 terminal dann hat es doch da ist ein händler ich hab die abgekriegt ich hab die abgekriegt sag mal so damit würde ich es schaffen ja hallo Ich brauche so lange, selbst wenn ein 27er so bist. Quad Drive Yard ist so eine Sache, oder? Die haben zwar ein Gebius gefixt, aber Quad Drive Yard hat so einen komischen Bug. Und die haben es immerhin gesagt, die haben es gefixt, den Bug. Die haben den gefixt, du kommst rein, was ist, die haben den nicht gefixt. Das ist überhaupt nicht offen. Ich brauche den Flashpoint auf. Ich glaube eh nicht, da kann ich vielleicht mal einen Aufgeben. Ich bin aber zu unterlevelt. Oh, ich habe eine Weiter-Jedi-Ritterin getrögered. Ich habe eine Hilfe. Aber das würde es besteuern. Jetzt hier... Jetzt ist... Ja lol. Es geht unter keinen Flashpoint auf, das sieht man halt. Ja, hier sieht man die Black Talon, den Einzelspieler. Ja, das wäre schön. Bis jetzt bin ich immer so ziemlich gechillt durchgekommen, auch wenn ich nur die Story durchgemacht habe. Das war das immer schöner und jetzt der Vorführungseffekt sagt so, nö, einfach so nö. Ich dachte, das Levelgrinden an sich ist kein Problem. Du kommst da ziemlich schnell drüber. Ja, die habe ich ja freigeschaltet. Also Leveln kriegst du super schnell hin, so ist es nicht. Mittlerweile ist sie mit. Das ist das geringste Problem. Dauert nur seine Zeit. Das ist das Problem. In der Speed und hast aber keine Zeit dafür. Leveln. Ja, Leveln, was ist das? Natürlich wieder mal noch Dings werden Nusshörnchen, ich weiß nicht, wo ich hinlatschen muss. Kampfausbildung. Ich dachte jetzt alle, die ganzen müssen alle annehmen. Schleifern. Und dann, wo wir sie uns lochen. Nun nehmen wir noch. Ich nehme ich Katwin aus. Das muss ich nicht. Katwin hat man gesehen. Ich meine, das war für. Aschadda, die sind leider teilweise ziemlich langwidrig Ob dieser Jägerwob da ist, ist nur eine Frage, weil der ist nie da Ja, gewinnen wir ein bisschen die Level hinterher, zumindest dass ich auf Level 24 komme Level 24, dann kann man weiterarbeiten Oh, ja, kommt ja keinem bekannt vor, haben wir ja erst mal so um eineinhalb Stunden gesehen Und da sieht man, das Level Cap ist auf 18 Wir werden gleich sehen, ob er da ist, aber jetzt sollte, eigentlich sollte er da Erst einmal, wir haben, wo morgens Du siehst hier, keine Sau, gerade mal vier Leute werden hier angezeigt Na gut, 17 Brauch ich die Welt Ja Ja Es geht besser Das ist aber zu den Mela geht gleich an Ich bin Und schnell schnell hat er sich einmal über siebt Ich könnte ja noch was anderes, ich könnte ja ein bisschen schicken, wenn ich dann einen Charakter nehme. Aha! Ich glaube das wäre dann ungefähr, oder? Wird nicht auffallen. Nee, überhaupt nicht. Ja okay, vielleicht doch ein Biss. Ich glaube, ich habe wirklich ein paar Reaktere, habe ich so Biss, drum und cast gespielt und dann habe ich aufgehört. Ja, so ein kleiner bin ich. Hauptsache du hast das Schiff. Wow, was für ein Leck. Ich bin aufgehört. Ich bin aufgehört. Oh nein. Ich bin aufgehört. ganz ernst was könnte ich auch mal die wicke ich einen der gut den auf der wir 70 burschen einfach mache ich mir die arbeit einfach einfach wirklich so wie es wieder machen ja ich wirklich nach wie viel kostet dann kann ich mir das level sparen wahrscheinlich kostet eh wieder in der entwicklung seit wann hat er seinen gelben kreis da sieht man dass ich das selten gemacht habe ja es ist manchmal auch der ist einfach schon grau und ganz ehrlich ich weiß noch nicht ob ich eine helle oder eine dunkle jester nehme das war eine grandiose vorstellung der bohrer hat die nacht hier sind die credits wie versprochen ich bin dann auch ein charakter rüberschneiden Ja, gut. findest du das wert nein überhaupt nicht eine zu so viel acht rüstung ist doch nicht cheating die mitzunehmen wie kommst du denn darauf ja sagt dies zu meiner festung weiß dass sie scheußig aussieht müsste ich mal komplett lehren und die mal ein bisschen schöner gestalten ich weiß auch nicht warum die dauert mal ziemlich lang das wertmächte es aufzumachen ob 13 millionen werden nicht reichen an kraftat mittlerweile ist die doch ziemlich teuer geworden aber eins muss ich sagen die lichtwärter kann ich leider nicht in vermächtnis rüstung packen könnte ich schon aber da bräuchte ich halt geld die sind immer so extra waffen bei mir ich war noch nie auf einer schadam ja da hast du es ab es ist ja da geht es doch wirklich schnell aber wie kostet der token 80 ja gegen 2000 kartel münz jeder preis an sich ist der preis ist wirklich okay aber für mich hat zu teuren was machen wir jetzt bei dem charakter werde ich nicht mehr durchziehen bekommen weiß ich jetzt schon ich könnte lieber transferieren so ist es ja nicht meine ich ja nicht aber ich müsste jetzt erst ausbauen und dann wieder einbauen wieder aus wieder einbauen das ist halt die geschichte mit der hier online geht er hat ja die rüstung ich weiß gar nicht wie die story hat ich glaub die ist schon verweilt von der story her auch kapitel das hat keine vermächtniswaffen ich glaube meine palti auch nicht soweit ach die credit seller sind wieder online gibt es also immer noch die credit ich glaube ich würde es ja eben kauft ja jetzt ist die meine ganze charaktere 852 aktiv da seht ihr es noch das hat ja dann ist das der palti jetzt kommt es erstmal die tvilek auch wieder mal ausgepackt die palfi das hat ja auch noch mal hier was passiert ja dann auch noch alle die hat sogar und 30er rüstung immer verpasst ach guck mal reise nach nashara und reise nach balmora haben wir da nicht irgendwas gehabt noch die hätte die missionen durch gemeinden dass es euch level oder sollte ich darüber nicht durchziehen ich kann den ich kann hier auch hier wenn die nächste sexistisch haben wollt ich halt ihr das hier an okay ist besser denke schon wer die will ich dich doch nicht mal durchbekommen weil ich jetzt noch zu lange umreden habe ich recht ihr seid so merkwürdig das stimmt sogar wirklich hier noch so viel rumtanzen wie ich möchte wer es nicht schaffen müsste wenn dann wirklich gehe ich oh hi da sind noch ein paar nachrichten von mir aus dann versuche ich noch ein bisschen dadurch zu level und mir vielleicht dann bis 25 auf die bosse jetzt so gesehen das weiß ich auch wenn es hart aber danach auf aldera jetzt lustig du bist einfach zehn level darunter einzig ist wenn du unter einen gewissen gefährten dabei hast der gefährte macht ich habe den back auch nicht getriggert meine riesen ein back getriggert ja dass du da auf jeden fall durch kommst und eine schnellreise benutzen kannst schon besser aber immer ist das mit ich weiß auch nicht genau wie der back zustande kommt ob irgendwie weiß es niemand dann bekommt also mit dem charakter werde ich es drei stunden nicht schaffen wird doch etwas verkalkuliert ich selbst da war der andere dann so schön was post interessiert mich nicht dass ich post habe wobei warte mal wie geht das hier wurde die wette festgenagelt bei manchen spenden bei einer sys hängt wo du ein gefährte den ich dabei hast festgenagelt wird aber wenn du einen anderen gefährten auspackst hast du was mein gefährten das probiert nein ich wollte euch nicht nein das probiert und ja und ich da ich ich mich ich was hat er mich isoliert bekommen ich frag mich wie ich das geschafft doch Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Verdammt, ich hab noch getötet Okay, der ist auch Tang, ach komm ey Sag mal so, weil ich nicht schaffen sollte, ich bin etwas unterlevelt, das ist das Problem Hallo, gleich geht's besser Geht doch Ihr sollt nur wirklich mehr die Hellbombeln benutzen Ja 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 Ich hab jetzt zwar auf Dead Reads geschafft Aber spätestens jetzt gleich nächster für den Alderaan Ehh Wird losled Beim Hangar, oh komm ey Why? Why?? It's a hangar, it's not enough hangar? I don't know Ah, ne Maus. Nachtürben! Oh! Ich werde nicht haben. Redaktion, euch erstmal. Ich könnte mir ein anderer Freund von erstmal die komplette Karte erkunden. Das ist aber auch wieder ewig. Ich. Das bin ich. Es ist Lop. Ich seh ich. 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 unschaffbar da gibt es wirklich nur eines zu sagen überlegen normalerweise betrittst du alle rande mit level 32 also das doppelte mit dem level was ich habe und ich bin jetzt mit dem video anzunehmen kann man mal machen aber etwas ja nicht so gut ja werde ich wohl machen aber die meisten dauern halt so lang ich bin die lady renata äh lady renata so gut ach ich probiere es einfach lange der gefährt nicht isoliert wird kann man sogar ziemlich gut durch level und durch power die taxiplattform sind geöffnet wirklich dort der punkt ja ist richtig ich wünsche ihnen einen sicheren und angenehm jetzt haben wir ein ich weiß gar nicht die anpa panta panta ist das sein ich bin ich bin was der hals wird schon etwas trocken die ganze zeit hier redet also wie stark seid ihr vom level ja 29 ist doch nichts kommt das schafft man doch mit links über gereimt das war ein 28er sogar also jetzt schon ein bisschen mehr hellmomente zünder denn dann haut man die schon weg vielleicht habt ihr dacht noch oder sonst schieben wir einfach um einen ran rein was ich mal aufgenommen habe einfach ein schieb ich meine man dann fällt nicht auch noch besser schneiden wäre aus nein wir haben Da seht ihr, wir stehen halt sowas von hier. Schreiben wir raus. Schreiben wir raus. Oh, oh, oh. Alter, hab ich einfach, dass ihr ausweicht. Ja, das stimmt. Alter, komm, geh weg, ey. Du brauchst ja super lange. Bis der durch ist, bin ich hier schon längst über alle Berge. Bett, komm mal mit. Komm mit. Mach mal los. Was der starken Geist. Ja. Ja, wäre es wirklich. Ich kann sehr gerne Auspuffen, ne? Komm, entrinne. Ich kann schon. Ja. 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 Widerstehen! 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 Voll nie Bocken! Hat der gerade einfach alle Angriffen widerstanden? Ich brauche es gar nicht so weiter zu versuchen. Wie ist die Dauer zu lang? Die Dauer zu lang? Sowieso... Auch... Das hielt weit... Wer könntest du es versuchen? Ähm, die können spotten... Gefährten... Aber... Nicht jeder Gefährte hält genauso viel gut aus. Ach, das ist die Mission! Ne, dauert zu lang. Nachdem articulatee... Wie heißt sie einlv? Ich neuncel diese Aufmerksamkeit sou� BIANS Ich lasse Sie nicht, dass ich die Starte aus Several micro ist... Das gel Dionyspannhomme wieder mit einem schönen Land... So certificate Sie so auch nach verschiedenen Landen? Oh Neuncel an, das finde ich sehr gefolgt sein... Das wird gleich ein bisschen alshausen aus der Nähe. Es ist besser. Also nicht dein Gefährte! Dein Gefährte kann dich nicht bewachen, aber es gibt so ein U-Battle, der hinter die Verfügung gestellt wird, der kann das. Also nicht dein Gefährte! 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 Ja! Ja, kann man! Aber es ist... Er stellt sich doch ein Internet etwas schwieriger heraus! Vor allem wenn er unterlabelt ist! Also nicht dein Gefährte! Wenn er jetzt wirklich Speed tunen möchte, dann sollte man... ... 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 Angst, dass er karriert ist. Aber die Klassenmission kann da nicht genug Ideen geben. Das ist wirklich abgeschrieben. Geh auf! Ah, er ist gut. Oh, ich komme jetzt so. Ja gut Ja gut Ganz ehrlich ich kann wirklich einen Level 70er nehmen und einfach durchsortieren waschen hat jemand ist er gerade richtig tata hihi ok genau das ist die erfahrungspunkte die frühererfahrung haben wir auch ich könnte jetzt schon besser doch es geht geht solange du noch kotett oder kotfe angefangen das geht das du bist einfach mit den kleinen schalen würde ich doch hoch haben sich gedacht ich hab's halt wirklich ausprobiert aber wahrscheinlich nicht weit genug ausprobiert ich habe es um muss gerade ein bisschen backtracking sagen ich muss ein bisschen level ja ja Ja, weil ich bin einfach viel zu unterlevelt. Das ist die. Wenn dann meinen 50er, meinen 70er Gatter rausnehmen, dann mit dem durchraschen. Ihr habt mir einen riesigen Gefallen getan. Das werde ich nicht vergessen. Ich kann es kaum erwarten, den Erfolg dieser Mission zu melden. Alter. Da hast du mich in den Kampf gemischt. Hey, komm. Bis ich hier durchkomme. Ich werde so hochgekämpft haben mit dem Level, dass ich an Level 30 komme, um nach Alderaan zu kommen. Wir gehen weitere 20 Minuten. Ist das schon nicht etwas rein bei diesem Event? Oh, vielleicht soll ich mal eine, erstmal heilen. Ich werde so hochgekämpft haben. Ich werde so hochgekämpft haben. Ich werde so hochgekämpft habe. Ah, nicht mehr Gun. Was machst du, wieso unterstützt du mich Fett nicht? Fett sagt auf schon, dass es glaube ich nicht funktioniert. Das hat keiner gesehen. Schauen wir mal so, dann sieht das auch wirklich keiner. Das hat keiner gesehen. Das hat keiner gesehen. Wenn die Generatoren wieder laufen, kann das Imperium endlich ganz Mosila kontrollieren. Ihr habt uns allen einen großen Dienst erwiesen. Level 26 nach Alderaan? Hm. Hm. Noch nie mit Level 26 auf Alderaan. Wow. Ist alles leergefegt. Oh. Oh. Schon besser. Bis zum nächsten Mal. Oh. Ich nehme mich die. Ich nehme dich. Ich nehme dich für dich. ist letztens gemessen habe weiter sehr Schau, ich bin drinnen. Klingeln, was ich mir da rum. Boah. Mann, sieht halt richtig schlecht aus. Ich hab keinen Klingelblitz. Oh, Weespawn. Ja, das ist... Oh. Aber was anderes. Ich will die mich einfach immer wieder stunnen, ne? Ich will das Spiel heute überhaupt nicht. So laufen wie ich. Ich mach nicht den Schaden, den ich die ganze Zeit gewohnt bin, den Durchlaufer. Danke schön für mich die Mischung über die Mischung schal und die Dünne. Das wusste doch er doch Würde es mindestens wieder Schaden machen Und das einzige Schaden das größte Demarco ist, dass sie die Untererfahrung auch nicht getriggert hat Ich hätte in der Ruhezone eigentlich meinen Charakter hingestellt Das ist das Normalerweise kannst du Ruhe vom Sammeln unter lange Charakter hinstellen Momentan Könnte Andere Artstoffe Ja 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 was ich jetzt anderen charakter werdet jetzt war teilweise machen anders was aber dann kann ich nämlich dadurch rasch dann geht es wirklich auch noch zwei stunden könnte knapp werden abwehr Im Himmel mache ich schon mal mehr Schaden, wenn ich mit meiner Palfi komme Ja komm schon Ja Vermächtnisbank Warum Ich dachte die hat die mit Aber wie gesagt die ist erst auch bei Mora und Nasha da Und du kannst die nicht in dem Sinne skippen Du kannst die nur skippen wenn du die auf den Gildenschiff gehst und anderen die Quotet und Kappelkappel gehst Soll ich es noch versuchen? Nicht durchzuraschen wie es geht Weil du meiner Den anderen kriegst Da ist der Wurm drin heute Da ist einfach der Wurm drin Ich habe gerade einen neuen Erwährungsplan zu dachten gestellt, der ihnen gefallen sollte Normalerweise das letzte mal als ich es gemacht habe, war ich 28 oder so Auch nicht viel großartig gemacht und nein es war kein Event Eventuell Du bist da relativ schnell durchgekommen Ah und du bist auf meinem Mora Das ist ja der Funfact Jetzt seht ihr sogar wie der paar Planeten schon gesehen hat Einmal kann ich eigentlich verbrechen Ich lass ihn jetzt auch so nochmal laufen Ich pergabe working 4 99 5 5 5 5 15 5 5 15 1 7 09 10 1 Jetzt werdet ihr auf jeden fall sehen wie schnell die teilweise runtergefokussed werden können Auch wenn ich auf die 22 runter gesetzt bin Ich weiß es nicht aber ich tue jetzt Ich dachte ich werde es nicht schaffen mit einem anderen Charakter Ja mein Weichnatt Zu ihren Diensten mein Lop Reiseroute bestätigt Das muss ich dir sagen das geht nicht Alleine ja Aber wenn du zumindest mindestens zu weit bist Kannst du alle Heldenmissionen durchspielen Alle Heldenmissionen Das schaffst du davon Alle Heldenmissionen auf allen Planeten von Level 1 an Durch Level 1 du solltest halt Setzen Und dann dort gleich als ich mit Level 12,15 beendest Dann fängst du an Heldenmissionen zu weit Dann kommst du Inner von 6 Stunden durch Level 50 Ah ja Ah ja Ah Schon besser Abhält Haldi wie Butter runter Haldi wie eine komplette Rota fahren kannst Was könnte Nicht verfliegen jetzt weiß ich ja wo ich hin muss Ich überflieg mich immer das ist nur eine komische Angewohnheit von mir Zu Ihren Diensten Meindrop Reiseroute bestätigt Von daher Du machst voll den Umweg wenn du hier rüber fliegst Mit uns legt sich fest So schrecklich Die die mich kennen wissen Bei uns legt man nicht Über den redet man nicht So schrecklich 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 so kill kann man abkürzen so wenn man im level her hoch genug ist so 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 höre ich sie nicht hat der eingelärt warte so den schaden gewinnen gute Entscheidung gewinnen Oh, ich, ich, oh, ho, ich, ich, meine, oh, war, heißer. Sogar die Nebenmissionen an. Oh, ich, oh, ich, oh, ich, oh, mein, ich, ich. Oh, ich, oh, mein, 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 oh, mein Ich will die Stimme fallen Reise-Route bestätigt Reise-Route 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 kippen kann oder so wer fällt ein mein Victor und am schnell wund wir behaupten Was? 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 Hier kann ich jetzt richtig waschen. Was? 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 wasser aufzüge und diese aufzüge immer viele begegnen es Ja, 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 ja. Das war's für heute. Euer Willkommen Ich schätze, er hat nahe Warum hab ich befolge ich? Wie befolge ich? Er hat gewicht, wenn es Vielen Dank, Sacklo Ja, ich glaube, es hat keine Herausforderung Ich glaube, es gibt Ich sag oft Ja, sie war oft ich Wie meint, wenn ich Dann ist meine Sohn, ich will Ich schätze, er hat mich Ich schätze, er hat mich Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Die drei Spannen. Das geht sich besser in die Welt an. Ich. Quinn, ich kann dich nicht brauchen. Ich bin ich. Ich werde die S. Das war alle. Der Alte hab ich. Drück. Durch zehn Planeten? Das wird ein Spaß. Sagen. So gut wie unwirklich. Ich versuch mein bestes durch zu raschen. Aber ich weiß halt zum Beispiel. Da. Auch rot. Was super lange laufen. Das ist der einzige Nachteil. Das ist der einzige Nachteil. Ich bedanke. Diese Dialoge, die haben wir auch nie mal richtig geladen. Das wird schon wieder. Und trotzdem kann sie nicht skippen. Wie ich sehe bist du nur das ich dich. Da bist du ja. Und das ist der einzige Nachteil. Das ist der einzige Nachteil. Jetzt seht ihr es zwar teilweise, die Personen aber. Die Bosse fallen viel schneller, aber hat man gerade wirklich schon auf Balmora gesehen. Okay, jetzt habe ich den verstanden. Oh, das sehe ich ja jetzt erst, guck mal was ich bin, bin fürs pvp markiert, ich glaube ich lasse es. Heißen Sie noch will Republikaner finden? Ich werde hier blaues Wunder erleben, wenn ich hier gar gegenstehe, war nur 209, aber hey, ich weiß nicht rumdümpeln, mal annähern so stark. Willkommen, bitte wählen Sie eine verfügbare Reiseroute. Doch, es ist vorbei. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Schau mal auf. Da, da, da. Schmeichelt euch ein, wie ihr wollt. Dies, wie ich tötete. Ich, ihr seid die Schüler, ein ich Halli, das war er, war nur das Wett, ich weiter ich. Okay. Ähm. Willkommen und, wenn du das Level dir anschaust, ich glaube, die wird das, braucht das nicht. Die Taxikanformen sind geöffnet. Der Charakter braucht es wirklich. Wieder gewechselt, weil sonst... Irgendwie war der Wurm drin. Und die braucht echt keine Harzweiß. Irgendwie war der Wurm. Ganz kurz. Was ist das? mal schauen jetzt müssen die meisten nicht mehr runter klicken vorhin wenn ich an die Mordung tut ein überlebenden ohne ausnahme ja ich bin wirklich sehr gerne ich glaube ich muss wieder sagen ich habe keine OTO richtig gut dass ich die böse spiele ich spiele die böse ihr solltet euch besser dass ich 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 bin ich ich sterbe ja kann man ja passieren man es ist ich da ich auch die hat noch gar kein kommando weil sie selten gespielt die taxi-plattform sind geöffnet und ich wollte natürlich schon mit die falsche richtung fahren ach komm und kämpft das pvp ich war bis ihr wahrscheinlich so selten leute von die uhrzeit und ignorier mich sogar komplett na gut da bin ich gleich da so 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 Oh, ich spahne, spahne, spahne. Oh, ich spahne. Oh, ich spahne, spahne. Oh, ich spahne, 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 spahne. Oh, ich spahne, 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Die Taxiplattform sind geöffnet. Das war's für heute. Das war's für heute. Ah hey! Da nix Neues. Das war's für heute. 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 stattdessen, aber durchraschen. Dann gehe ich. Hallo! Wow. Ich werde daran verstopfen. Ey, ich könnte meine kleine Süße geklöpfen. Und wo kommt die denn plötzlich her? Gleich geht's besser. Ich bin da. Ich habe das, dass ich so gut zu sehen. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da, ich bin da. Was ist das? Was ist das? Ich glaube, dass ihr mich schneller seht, stelle ich gleich meinen Gefährten auf die Idee, dass ihr mich schneller seht, dass ihr mich schneller seht. Was ist das? 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 Der hat Alderaan Der hat Alderaan Hold on Gnade Was ich vielleicht auch noch sagen muss, ich habe ja mit dem Gefährt auf eine über 30% erhöhte Zeit Also Feuring Ich bin doch etwas schneller und noch unterwegs Krass Tee Ja Wenn ihr Barras Hefe ab An Sei da ich Solange ich will Sie war die will ich Also, wenn ihr ihren stimmt. Siebel oder lebt? Ich will euch. Nein, es gibt keine Kinder. Nur alle Planeten. Dass sie so mal laufen sollen. Die Taxi-Plattformen sind geöffnet. Branta. Branta heißt. Ich bin ein Abloch. Es ist ein Abloch. Ich bin ein Abloch. Achso, ja dann Es ist ja nicht so, dass ich halt auch ein bisschen müde bin, aber bei der schlaue ich nicht ein. Was ist das? Oh, was war das? Achso, ja, okay, das waren zwei republikanische Spiele auf Level 70. Hey, es waren zwei republikaner, wie gesagt. Oh, was war das? Ja, wenn man im PvP-Gebiet dann von Reps angegriffen. Really? Ach, kommt ey, ihr seid solche Feiglinger, zu zweit mich anzugreifen. Und ja, ich habe jetzt einen Lagenchat geschrieben. Das CD. Okay. 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 Wow. Das sind solche Arschlöcher. Ja. Sorry, ich will das Wort gerade. In dem Fall ja. Und die wissen, dass ich gerade hier die Klassenquest-Story mache. Ja, aber wenn ich jetzt das PvP deaktiviere, muss ich erstmal einen sicheren Port. Kann ich hier nicht machen. Weil du wirst auf ein Restanz geportet, das ist ja nicht mehr früher. Ja. Der ist immer noch da. Wartet halt einfach. Wartet halt einfach. Echt so lame. Ähm, eigentlich nicht. Normalerweise funktioniert es tadellos. Aber wenn du solche Trottel hast, die zu zweit auf dich drauf gehen und dann dich spawn campen. Das ist, das ist lame. Das ist echt lame. Weil mit einem, gegen einen kenne ich an. Aber nicht gegen zwei. Das ist halt die Geschichte. Normalerweise, du hast bis früher, bist du die ganze Zeit im PvP rumgelatscht. Und die fangen ja dich nur an zu stunnen, weil die es auch nicht besser können, ne? Ohne es zu stunnen, schaffen die es auch nicht. Das ist auch so lächerlich. Und spawn campen tut man. Das spawn campen, das kann jeder. Ja. Auf warten, sich nur hinter. Oh, der taucht doch bestimmt gleich wieder auf. Ja, da ist ja. Schön drauf. Und auch da noch Tarnerkennung. Ja. Ja. Kann ja auch noch gehabt. Ja. 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 Du bist warst. Was für Sie? aber dass das ist normal standen und töten ist nichts neues ich muss erst mal gucken ob noch alles an mir dran ist was bauen campen das ist echt fach und Lasst mich euch die Müsse. Ah, und? Stellt sicher, dass ihr auf mein... Und es wird... Ja, ich bin böse. Welcher Punkt ist das? Ja, wie sag ich... PvP! Ist es okay. Nee. Da ist es ja... Standard. PvP-Kriegsgebeten. Halt da auch nichts gegen, auch wenn es halt nervt. Also entweder du hast gute Spieler gegen dich, oder du hast super schlecht über die noch nicht einmal wissen, welche... wo am A, B ist. Open PvP, ja... Es ist zwar... schön, dass es sowas gibt... Aber dann gibt es... so Leute... wie gerade eben... ist das super lustig, finde. Einfach darauf zu warten. Ja... Irgendwen interessier ich an... Wenn... Ich... Ich... Wir... 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 Kann ich dir jetzt schon sagen Ich wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen Offenheit Das ist halt das Ätzen Also Lange Laufwege hier Ist Tatooine relativ kurz Wenn ich so bedenke Was Rot Wird Ob nicht knapp Sondern 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 Ich hab hier jetzt keinen PvP-Kriegs gemacht Das Set, was ich hier mache, indem ich hier setze, wird das probiert Dafür mein Computer, dass er den Bildschirm capturet bei mir Ich brauch was zu starten ganz ehrlich der hat mich wieder betrogen hätte hier zum flug kommt warte mal weg auf das spiel rund Ich habe nie was aufs Spiel vertrauen, vor allem was... Was machst du denn hier so einsam? TvP habe ich früher super gerne gespielt, aber mittlerweile keine TvP-Freunde mehr. ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute. Oh, 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 oh. Hup! 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 Das waren auch noch Zeiten, als die Server auch noch auseinander waren. Als Wilma zuviert, als Gilde, ins Wenkel gegangen. Und... Ah! Oh, scheiße. Warum ist das so hoch? Das ist doch gar nicht so hoch! Und... Ah! Es gab wirklich Situationen, die sind reingegangen und die anderen sind rausgegangen. Obwohl, ich glaube, es war nicht hier reingeged, aber es war in 4 gegen 4 auf jeden Fall. Das war lustig. Das war lustig. Das war lustig. Das war lustig. Ich habe nur noch nicht gesehen. Das war lustig. 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 Genau das war lustig. Das war lustig. Auf jeden Fall. Ach, verdammt! Oh! Ja, super! Ähm... Yay! Ich glaub, das Spiel rechne ich damit, dass du hier durchläufst. So ein Bugger ist da oben rum. Ich hab Glück gehabt bekommen. Ähm... Äh, entschuldig! Von mir hättet ihr sicher viel Ehe. Ich werde eure Begleiter, Nukao. Ich werde keinen Rückzieher. Eure Sturheit hat... Jedes Leben endet irgendwo. Ui... Ach, das war Jessa. Ich finde Jessa's Wurst am Ende. Okay! Okay! Oh ja... Ich war auch immer der Heiler. Und... Es vergehen... Kein Match... Willkommen! Bitte wählen Sie eine verfügbare Reaktion. Für mich nicht ein einziges Mal... Ich wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen Offenthalt. ...kein... ...bekommen hab. Kein Fokusmarker. Er hat immer den Fokusmarker. Aber... Wenn du dich geschickt anstellst, stirbst du nicht. So... Während wir rumfliegen... ...ausser Hestüter... ...zuhh... ...feiert bitte. Untertitelung des ZDF, 2020 denn und nein schau mal für euch ich werde nicht den weltboss alleine klassen das nicht wirklich früher war es ja möglich als noch nicht dieses level cap gab so eine weile gedauert aber es ging wenn ich mit meiner gelehrten kam ach man lass mich da hoch danke mit immer fokustarget und es hat immer wieder dieselben leute da unterwegs waren ja das ist halt das lustige kann man sagen teilweise und auch das gemeine und du wirst es auch immer weil wir wussten auch immer wer ist wer und der ist eh schon längst vorbei was ich machen könnte ein paar kleinigkeiten würde wenn er kapitel 1 noch schaffen aber da war einfach der wurm mit dem charakter das heißt einfach da angefangen dass ich keine ruhe erfahrungspunkte gesammelt habe das ist ziemlich wichtig für jeden mob für sie die doppelte erfahrungspunkte bekommst ich tippe hier muss ich bitte klappe jedi ich kümmere mich gleich um bildkrieg gib dir ein ich wusste es nicht es ist zeit dass ihr beide sterbt ich meine ego hat mich unvorsicht keine sorge eure schande endet jetzt möge die macht mir die ja nur wahre kümmer da hab da haben die habe ich es und haben geschafft da meine jede pvp zu halten also wirklich alle drei geschütze und alle drei küsse halten ja 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 Alter, warum? Warum? Setzt du immer wieder deinen Gott gegangen? Woanders denn die Bruchbacke? Ich... Ich... Ihr habt... Es war euer letzter... Ich wollte es... Bitte wenn darf. Kendo wird sterben. Ich bin froh aus einem Dean. Ich brauche keine Hilfe. Nein! Das kann ich mir... Ich würde das holen schon mit deines Schiffes. Aber gerne doch. Das war... Tatoo... Äh... Alderaan. Jetzt kommt Tatoo. Oh. So. 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 Oh, ich bin lieber auf jeden Fall. Oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh. Oh, oh. Oh, oh. ich hoffe dass ich noch aber die bisschen ahnung von will haben werden wissen wenn da keiner steht ist bestimmt zu 90 prozent an tagen aber was ich schon gerne gemacht habe ich stand die ganze zeit bei übert und zum beispiel da habe ich auch immer gerne machen statt das tana will ich bis zum schluss beim hyper tor und kurz vor ende dann und dann einnehmen weil ich habe heute da ich glaube die schnellste weiter die jemals drin war zwei minuten in der von zwei minuten durch geraten undenkbar vielleicht soll das war es mit dir da ich möchte aber hey achst du schon unsterblich geschafft das einmal geschafft da ist unsterblich 21 marken oder für unsterblich ja sammeln von daher ist schon cool war trotzdem schwierig nicht zu sterben unsterblich jetzt wird durchforstet da 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 ok so neu die weltwein ich na A-R-U-I-I-B-Nach-der-Sack-I-I-M-D-I-V-S-A-S-R-U-M-WEN-CH-I-S-WEN-D-I-L-I- Und fündig? Wir rasen jetzt nicht mehr mal, weil wir es können. Denn wir lesen jetzt. Wir machen jetzt gleich mal. Have you ever been to? immerhin ja ist aber wie gesagt unsterblich mit auch ist auch nur du kein mal gestorben muss wenn du einmal gestorben bist dann zählst du sieben sterblich nun sterben 21 punkt und der sprecher dir an ansagte acht marken habe ich mit zwölf marken und lag war 18 unbesiegbar und mit 21 unsterblich aber auch wie gesagt nur ansage wenn man ein einziges mal währenddessen gestorben ist da ich glaube ich habe schon mal nimmt über eine million geschafft schutz weil ich die ganze zeit die meinen einen gar durch gemacht aber so kontinuierlichen da switch wir haben sich geärgert für diesen normalen gar durch die ganze zeit oder als es das level cap glaube ich ob es auch wenn man 60 bekommen ist davon 60 65 ich hatte ja mir von am ersten tag an einfach alle ausrüstung gekauft und dann bin ich zum vvp gegangen ich habe mich wie ein anfänger gefühlt ja erstes match verloren zweites match acht million einfach mal gegen gehalten läuft du findest es nicht lustig tut mir leid ich weiß es ist irrational aber ich greife so ungern ich schau mir in die augen kleines wir sind eins das biest schlägt jetzt ich gehe in die augen kleines wir gehen dann wenn ich nicht ja das stimmt ich war auch ich war auch auf mal platz 1 so ich habe eigene teile auch irgendwie alle mvps bekommen ja was anders mit der weile da war kein pvp freund ja das ist wirklich so meistens bekommen sie heiler ja die ehren dass man das sieht aber nicht geehrt was geehrte ist halt wenn man nicht stirbt und das heiler er hat mich das leben gerettet das schön mal kurz wenn ich einmal ein oder sehen ist der tank könnte aber kurzzeitig auf sich bewachen gebracht haben er probiert ja nur an war ich oder ich glaube ich war er frisst hat für sich denn es eigentlich gaben Ui, dann wird's da wieder Zeit. Ich kenn da so jemand, der liebt PvP. Deswegen, man wird's sehen. Reiseroute bestätigt. Das kommt dir nur so vor. Viele, glaube ich, gehen auf eine der höchsten Anstellungen bereits. Aber durch die PvE, natürlich nicht. Kommt das halt teilweise weg. Ich hab's etwas runtergeschüttet und da war ja was. Wollte das jetzt bei den kompletten Gelenken. Wollte aber demnächst werden wir hochsetzen. Aber es ist trotzdem die Grafik. Naja, ich könnte hier eine andere bitte anbauen. Dein Freund. Hoppisch. Ich. Ich. Ich wusste, dass ich gut aussehe. Eitelkeit steht dir ent. Drohst du mir ja, du da. Ich. Ich bin gut. Ja. Ich widme mich ausgezeichnet. Ja. In der Kla. Kannst du. Ich. Ich hab. Erzähl dir so. Dir, dass ich. Ich. Schwer. Ich. Schwer. Schwer. Ich. Schwer. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Welch kann es sich da stripe einstellen? Langsam wacht das Dorf auf. Äh. Die. Welt. Dann kann es pünktlich wieder weitergehen. Herzlich. Ich. Immer wenn ich hier den Scientific machen. aber das ist nebensächlich das ist vom speed gaming team so gebaut genau wenn du es wirklich den kompletten komplett ausgefüllt sehen willst ja okay dann kannst du gerne da schauen aber aber ansonsten es ist gewollt ja das versperre dich bei den admins sieht aber auch gut was anderes ist was andere also aussieht der deutschland flagge im hintergrund außerdem sei nicht so kritisch weil es ist immer das erste marathon also auf deutsch euer jetz und hab ich gerade gepostet ja das ist das ganze meereslicht zusammengetan haben ihr habt ihr ich euer tot tja ihr habt da ja eine schöne schau hoffentlich hast du dich gut von wegen es hat mich zum b so ihre zweifel und man kann vieles auch bis um oder bei dann sie ja beim tämä ich ja das ist die Ja, eigentlich würde ich gerne mit einem Schiff fliegen, aber so eine komische Mädel warte mit auf mich hier am Hangar, sonst kostet so viel Zeit. That's annoying, wenn wir uns gerne auf Engel sprechen. Ich hab, heißt das, wenn das welch ich. Hallo. Hallo. Ich verstehe dich. Hallo. Hi. Also, Barras, was wüsste von mir? Das war eine gute Idee. Ich verstehe uns wie du. Ich fühl mir nicht diese. Was halt gehört? Ich dich. Ich weiß, du jabberst Schiff. Oh, eine Corvette. Ja, das heißt Corvette. Das erfährt man, wenn man jede Story spielt. Corvette irgendwann. Nein, es ist kein Auto. Oh nein, es wird nicht gleich geschehen. Ich kann die also besser empfangen. Besser! Ähm, das sind... Besser. 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 Lass die Lichtschwärter sprechen! Aggressive Verhandlungen! ich habe keine wahl ja ich habe ein chaos vorhin schreitet tut mir leid eigentlich nicht aber trotzdem sagt es ja immer so ein zombie und es tut mir leid aber letzten endes das ist eine völlige lüge hey was soll's du kontaktierst mich genau zur richtigen zeitschülerin ich wollte dir das sp ich ein enormen krass verstecken Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Okay So was wirklich, so was machen die Woher muss ich denn? Achso, ich muss da hinfliegen Aber wenn ich dran denke, mach ich's vielleicht mal Aber ich kann nichts versprechen Butter wird von keiner Gilde kontrolliert Ach Ist ja nicht so, dass es nur ein Startplan Stimmt ja, da gibt es ja überhaupt nichts Was haben noch andere? Trödeln Sie nicht? Ja Doch egal Ähm Das Nusshörnchen steckt wieder zu Auch wenn es manchmal so ist Die alte Spiegel Sind immer noch Oftmals die besten Aber nochmal schön Butter genießen Soll ich da? Glaub ich Planeten? Hey Was ist das? Ja Dark Jesser Wer ist noch für die Dark Jesser? Aber früher haben wir gar nicht mehr auf dich reagiert, ne? Weil da von dem Level Jetzt Jetzt nicht hier durchklatscht Jetzt reagieren die einfach auf dich Gegen den Level Cap und so Na klar, wir sitzen da, das schöne Eure Anwende Ich will niemanden töten Nein, ihr seid sobald Kommt schon, Carl Ja, und er steht wieder auf Und Mal jede Sekunde Ist er grau nach draußen Nein Das kann nicht sein Ihr müsst Ich tu niemals da Schreit Ja, das ist mal kein guter Jedi Meine Wunde ist Das war das hat uns geschickt Falls sie er sagte Nein Ich bin noch nicht fertig, Carl Wir retten ihn und Ja Ich Beruhigt euch Jedi Hey, sie ist hier Haltet euch zurück und Sis Jaser Nein Eigentlich muss man das ja genießen Was will ich für ihr Ich Du wurdest getäuscht Ich habe nicht Macht euch Oh Scheint an Kann sie dann töten, dass sie nicht anwalt Ich kann sie dann töten, dass sie nicht anwalt Soll ich sie sagen, du musst sie töten? Ja, komm. Ich glaube, ich habe sie ziemlich auf die dunkle Seite gezogen. Du meinst sie. Und sie sieht schon ziemlich creepy aus. Und ich sage, die dunkle Jesser. Oh ja. Wenn du, kleiner Funfact, ja. Wenn du wett bist, bis zu diesem Zeitpunkt. Immer noch das Armband dran hast. Und sie dann aufs Schiff kommt und du dann ein Gespräch mit dir führst. Es ist nicht schön, was da passiert. Ähm, kann die nicht genau sagen, wie das Problem ist? Das ist mein Meist. Seid gegrüßt. Du hast viel allein. Ich bin mit. Ich. Wann werdet ihr einsehende? Nun. Es ist mir ein. Böse und. Ich. Zurück auf die. Natürlich. Gut, dass du die. Ich bin. Wann. Fühl dich ganz wie. Ihr seid so. Nun. Jetzt. Ich. Ach, das wäre das Kapitel 1. Da ich mich. Spartan hab. Was schief gelaufen ist teilweise. Ach, Char ist aber auch toll. Ach, Char ist aber auch toll. Was ist das lustige? Er sagt, in einer halben Stunde würde ich es nicht mal schaffen. Überhaupt irgendwie. So kommen. Würde ich sagen. und den Plan wieder in die Ordnung zu bringen. Würde ich jetzt mal frei machen. Ja, wirklich. Nein. Ich bring halt nix mehr. Möchte ich den nicht noch gründen, glaube ich. Müsste, brauche ich mindestens noch. Da ist ein bisschen schade. So gelaufen ist wie ich wollte. Da ist der rechtest. Aber. hatte ich natürlich noch ein bisschen drauf schon mal stoppen ups das war jetzt falsche taste deswegen will ich sagen je nachdem bereit sind ich jump jetzt ein bisschen herum ein hyptole hyptole ja eine hyptole wird es dann auch dann sein der welt rekord nein vielleicht habe ich gerade etwas zu leise geredet tut mir etwas leid aber es bringt halt einfach um dann bin ich nichts mehr weiter zu spüren aber reden wir ob die advents warten bezüglich der installation kann natürlich sein dass bei dir ein kleiner fehler passiert ist und was gibt einstellungen um das korrigieren um das jetzt zu erklären dass wir die materie formuliert aber man kann es nicht einfach nicht werden das ist letztendlich dann deine entscheidung wie du es handhaben willst ganze nicht sagen und lust dazu hast ob wir es schon da sind das kann ich nicht sagen kommen wir machen wir noch Was beschäftigt dich, Schülerin? So vieles. Ich habe die dunkle Seite gerade erst berührt und fühle mich schon, als würde sich die Galaxis vor mir entfalten. Es gibt so viel aufzunehmen. Und ich gestehe, dass ich ein wenig unsicher bin, was das Leben als Sith ausmacht. Du musst lernen, wie die Dinge hier laufen und wie du mir am besten dienen kannst. Sag mir, was glaubst du macht deine Rolle als meine Schülerin aus? Was meinst du, was unser Verhältnis ist? Ihr seid mein Meister in allen Dingen. Ich tue, was ihr sagt. Immer. Mein Leben gehört euch. Wenn du dich bewährst, werden dir mehr Freiheiten gewährt, solange sie letztendlich meinem Willen dienlich sind. Ich spucke auf die Art der Jedi. Je länger ich mit Nomenkar unterwegs war, desto eingeengter habe ich mich gefühlt. Mein ganzes Leben habe ich mich gegängelt und eingeengt gefühlt. Immer musste ich aufpassen, was ich sage. Gefühle als meinen Feind betrachten. Die dunkle Seite ist meine Freiheit. Ich werde all meine Empfindungen ausdrücken. Wir glauben, dass es uns stärker macht und unser Potenzial freisetzt, wenn wir unseren Emotionen freien Lauf lassen. Bei euren Worten schwillt mir die Brust vor Stolz und Hoffnung. Bitte, darf ich euch etwas fragen? Du musst mir gegenüber nicht vorsichtig sein, Jessa. Eure Verfügbarkeit ist ein Geschenk. Die Jedi haben mich unterdrückt. Romantische Beziehungen waren strikt verboten. Ich bin fast verhungert. Darf ich auf die Jagd gehen, wenn die Zeit es zulässt? Es ist wichtig für dich, dass du alle Eindrücke und Gefühle erlebst. Das ist also nicht nur in Ordnung, sondern sogar erwünscht. Das Ganze wird einfach immer besser. Ich bin ganz außer mir. Ich sehe, dass ich viel aufnehmen muss. Eure Aufmerksamkeit erfüllt mich mit Demut. Danke. Wir können diese Unterhaltung später fortsetzen. Natürlich, mein Meister. Habt ihr mal die dunkle Jessa erlebt? Ja, richtig dunkel. Wenn du sie als Gefährten, also sie ansprichst, dann tut sie echt, echt schöne Sachen. Also wie sie redet. Das Ganze kümmert sich nun bereits zum nächsten Decaptured mir. Du solltest demnächst weitergehen. Das war das Mario Kart, oder? Mario Kart, oder? Mario Kart, oder? 32 Tracks. No Skips. Der Strategie. Items. Für mich. Für mich. Für mich. Warte. Na ja, ich hab das Event freigenommen. Hat mich. Hat gesagt. Hey. Kann um die Überzeit, die ich mir anbiete, zu sehen. Deswegen habe ich Zeitleinser bekommen. Für diesen Rang. Was ist halt die so eine Antwort? Immer eine Freude. Ich hoffe, sie haben einen fantastischen Tag und fühlen dich nicht danach mich zu deaktivieren. Das ist irgendwann. Nee, ich glaub Teile sind nicht. Was ist überhaupt kein Platz. Es ist viel zu wenig Platz. Es ist viel zu wenig Platz. Das waren noch Zeiten, als du auf die nach Coruscant konntest das Ding und so, weil es nur für eine Woche war. Das war cool. Immer. Das ist bei großen Nürnern auch immer so, weiß man doch. Aber, wie gesagt, da das Setup gleich vorbei ist, fertiggestellt ist, bedanke ich da für den Spannkrank trotzdem, auch wenn es nicht bis ganz geklappt hat. Gleich klaffst du am Ende. Man kann es nicht, man. So ist es nicht. Von daher, während meine Palfi hier noch rumkämpft, da gehe ich dann auf Wiedersehen bis gleich beim nächsten. Ich bin schon traurig! Durch sich 2